bewegt bild banausen filmer kino und serien bis ihr kotzt let's get it on steigst mit marie gay ein gut erkannt genau der ist es der sex song von doug and carrie ja wohlgemerkt genau beim apfel pflücken legendäre folge kann ich mich daran erinnern ja da lief dieser song gefühlte 70 mal aber irgendwie auch nur so auch immer nur so der anfang oder ja klar weil sie dann ja schwer genervt waren ja genau dann wurden sie ja immer schnell unterbrochen und dann war der schnitt zum nächsten moment wo der song lief war auf jeden fall sehr lustig habe ich dir immer erzählt mit meiner nachbarin in stuttgart die immer das gleiche lied angespielt hat wenn es bei uns zur sache ging bei euch bei mir und meiner freundin ach so dann hat deine nachbarin bestimmt das lied gespielt man du hattest deinen eigenen dj mit deiner freundin ey alter wie geil ist das denn na das war nicht geil was warst du für ein song dieses je t'aime das ist aber lustig ja es ist war die ersten male dachten wir auch so zuerst dachten wir doch so ach wie witzig jetzt läuft schon wieder das lied und wir haben gerade sex irgendwann haben wir erkannt okay die kriegt das mit und in dem moment wo die das mitkriegt legt die diesen track auf das ding ist aber das lief dann nicht nur während wir sex haben sondern die hat das angemacht auf repeat gestellt und dann lief das in dauerschleife die ganze nacht durch ohne scheiß ja mann hat sie sich ja selber ein bisschen therapiert wird oder haben wir dann auch gedacht wir sind immer das also das kann ja fast nicht sein dass es auch ihr schlafzimmer ist was da angrenzt so weil die würde sich ja selbst hart terrorisieren mit dem song na und irgendwann also weil das ging echt monatelang so und dann irgendwann haben wir gesagt so weil wir haben dann geklingelt und geklopft und sonst was die hat nicht reagiert irgendwann haben wir die bullen gerufen hatte ja klar weil wir nicht wussten was wir machen sollen weil das war halt echt alle das waren so ich meine das liest man ja auch haben wir ja immer waren mitbekommen so und die die alten folter methoden von irgendwelchen nazis wo das halt auch in die richtung ging dass leute irgendwie am stuhl festgezurrt wurden und dann der gleiche song so auf dauerschleife glaube da waren es meistens schlimmere songs als der aber ja aber das kann halt irgendwann fickt das seinen kopf alter wenn du nichts anderes hörst die ganze zeit ja klar ist gehirnwäsche und dann auch beim schlafen und sonst halt echt nervig na und deswegen haben wir irgendwann die bullen gerufen und dann kam da ein eine weibliche polizistin und ein männlicher polizist die kam zu zweit an wenn die sich jetzt ausziehen halt in dem szenario dann sage ich respekt ne so weit ging es nicht aber die haben haben dann kurz sich angehört was sache ist sind dann rüber zur nachbarin und mit der zu sprechen den hat sie dann auch aufgemacht dann haben die erst kurz mit ihr gesprochen dann wieder mit uns und dann sind wir mit rüber zu der nachbarin weil das war total lustig wie die versucht haben das erklären ja weil das war sehr offensichtlich dass dieser song eben nur zum einsatz kommt wenn bei uns sex auf dem plan steht okay und die polizistin hat versucht das darauf oder so zu erklären dass die frau halt alleinstehend ist und dass bei ihr halt nicht gerade eine gute stimmung zur folge hat wenn die immer wieder darauf hingewiesen wird dass das bei anderen menschen besser läuft also war das so ihr signal dass wir das irgendwie ruhiger gestalten sollten oder sonst was und ich meine das also das war jetzt wirklich unabhängig vom lautstärke level hat die angefangen diesen song zu spielen also ist nicht so als hätten wir da die ganze nachbarschaft zusammen geschrien ja ruhig ist auch immer so eine sache also mir ist auch relativ also ich hatte auch mal ich hatte auch mal eine ex freundin und unter mir ist halt so eine polnische familie mit irgendwie sieben kindern oder so und die sind auch übelst laut die machen halt auch so techno tagsüber ist halt morbid so da ist halt sind dann eh alle laut in der gegend dadurch auch mal haben die mal ein paket für mich entgegengenommen und da macht so die die pole macht halt auch so die nachbarin und sagt so zu mir deine freundin war wieder da war da meinst du ja die war jetzt da zwei tage dann war die so ja ja meine söhne mein kleiner sohn fängt schon an sie zu imitieren und hat dann so bestimmte geräusche gemacht wo ich gesagt habe ja was soll ich was soll ich machen sowas kann halt sein dass ich manchmal ein bisschen lauter so und so und dann hat sie so ja gut okay versuch das mal ein bisschen auf die reihe zu kriegen aber ich so ja ich wüsste nicht wie aber gut naja jetzt mal also irgendwie muss sie die sieben kinder ja auch zustande bekommen haben insofern game recognize game weiß ich mir das wohl richtig ja sieben kinder sind bei mir nicht geworden aber vielleicht die gleiche lautstärke wer weiß mag sein aber ist auch weiß nicht die beiden habe ich nicht gehört im gegensatz dazu dass die uns gehört haben insofern na jedenfalls bei uns war das ende vom lied das dass der kleine hinweis von der polizei hat tatsächlich dazu geführt dass sie das gelassen hat okay sehr geil deswegen ja soundtrack nicht immer gut also wenn man hier so den song anstimmen würde dann könnte das so hier frankie goes to hollywood relax mäßig bei dir auch so ein trigger auslösen auf jeden ja mann hast du sofort bis sofort back back in einer ganz anderen ära ja sowieso okay wie krass aber ich bin da eben also bei mir gibt es da eh ganz krasse verknüpfungen so ich benutze auch in meiner arbeit immer songs wo ich weiß dass die irgendwie mich in die und die situation versetzen das finde ich voll praktisch ja klar auf jeden fall das ist auch so ich fand es mal lustig weil ich meine ex-freundin lief haben ja auch schon mal irgendwie so einen so einen romantischen abend verbracht und da lief halt so eine radiostation und da liefen halt so unpassende songs dass ich das bei mir so eingebrannt hat dass ich gesagt hat zu dem song hatte ich halt sex so weißt du ja irgendwie zu zu schaut von tears for fears und so weißt du so zu songs die du niemals auflegen willst ich meine einerseits ist passend andererseits texte so so und dann läuft dieser song irgendwie in so einem stick normalen radio irgendwie auf erst zwei im auto so und du denkst dir so alter okay der song lief damals in diesem moment also das ist zwar schon lustig weil weil das halt auch so ein stick normaler radiosender war und dadurch das prägt sich halt ein so dass wenn du so die bilder und die akustik im kopf hast ist das schon witzig wie man sich das merkt da siehste der soundtrack deines lebens ja war das nicht sogar der hässliche beititel von high fidelity auf deutsch ja das kommt mir sehr bekannt vor ja das kommt mir sehr bekannt vor dieser untertitel und das klingt schwer nach deutsche promoter haben sich da was geiles ja ja total kitschig aber high fidelity hatten wir ja schon in jeglicher form ja außer das buch haben wir nicht rezensiert ansonsten film und serie schon besprochen bei dem bewegtbild bannhausen ja stimmt ne bücher machen wir noch nicht ne bücher machen das ist auch schwierig mit bewegtbild und buch also für diejenigen die jetzt gerade eingeschaltet haben wir sind kein sexpodcast wir sind kein literaturpodcast normalerweise reden wir über film und serien insofern da werden wir auch irgendwann hier überleiten und für diejenigen die es nicht wissen wir haben ein quiz und da sind wir mit mit bewegten fressen sind wir zu sehen im youtube im youtube drinnen ja uns gibt es ausnahmsweise mit bewegten bildern da könnte im youtube drinnen könnte bewegtbild bannhausen googeln die seite abonnieren und da gibt es lustige quiz begegnungen mit einigen kollegen ach lustig im youtube könnt ihr bewegtbild bannhausen googeln macht das mal genau so googeln steht für mich sowieso sinnbildlich für alles was man irgendwie in den browser eingibt ist für mich googeln ja das ist nicht ausschlaggebend aber das hast du ja mittlerweile mitbekommen das ist auch immer so ein leichter hinweis auf dein alter ach so ist das so ja es auf jeden fall in generationen ding das sind die drei jahre also die uns trennen wieder ich weiß nicht vielleicht bin ich da auch einfach sehr jung geblieben ich würde mal sagen dass du dich vielleicht technisch auch ich glaube damit hat es am meisten zu tun ja ich kann mir einfach kein interesse für technische dinge auf ich bin sehr sicher dass auch millenials und und zwölfjährige gibt die sich technisch die technisch nicht so versiert sind wie andere die dann in deinem alter sind also insofern das glaube ich nicht jetzt zwangs glaube ich was mit dem alter zu tun meinst du redest jetzt von 80 jährigen oder so da hast du vielleicht ja google das mal direkt ein unterschied ich google das ja ich google das mal auf youtube ja mal gucken wo es dabei rauskommt ja wobei mittlerweile gibt es ja auch wirklich zu jedem quatsch irgendein video klar also ich sag mal so was die internet trends angeht und so tik tok challenges glaube ich bin ich näher am puls der zeit als du weil das interessiert dich alles gar nicht und geht komplett an dir vorbei klar weil du ein größeres interesse für social media übrig hast ja mag sein das haben wir auch ganz praktisch gelöst sonst wäre das für mich ja auch eher so eine qual da bist du ja wenn ich dich so frage nach irgendwelchen sängern die halt überpopulär oder angesagt sind gut der ist ja auch bei mir so ein bisschen branchenbedingt aber da denke ich dann also okay liest manchmal wie so ein 70 jähriger so dass er nie was von von irgendeinem typen gehört hat der schon 70 mal in den charts war so das will schon dann aber guck mal das nee das da ist die erklärung charts ich höre halt kein radio keine chart mucke woher soll ich das wissen naja irgendwie bekommt man ja schon mit von den leuten sei es social media oder so hundert her aber du ist das echt krass bei dir das alles so an die vorbei vorbei flattert aber selbst auf social media also klar an manchen kommt man nicht vorbei wenn es dann eben über genügend kanäle irgendwie weitergeleitet wird aber wenn du jetzt nicht den entsprechenden accounts folgst dann gehen doch gewisse sachen komplett an ihr vorbei deswegen also der ganze gossip kram wer jetzt mit wem zusammen ist und irgendwelche popsternchen so das juckt mich halt nicht ja irgendwie wusste ich auch vor dem ganzen internet geplänkel wusste ich immer was so abgeht hinter den kulissen tja gossip gäste als dj in berlin bist du natürlich da auch am puls der zeit total ja da muss ich auch was mit dem chenny tatum gerade zusammen ist ganz wichtig ganz wichtig ja so sprechen wir jetzt auch mal über filme ja richtig jetzt erwarten die leute natürlich ein bisschen gossip und hintergrundwissen über irgendwelche popsternchen aber auch da sind wir nicht nicht für zuständig kommt ein bisschen auf den film an oder wenn du jetzt mit irgendwas aus den dreißigern ankommst dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit gossip na ich sag mal es wird eher anspruchsvoller heute also ich habe tatsächlich parallel bei allen drei filmen jetzt den auftrags film noch mit rein ziehst ich würde mal sagen die fallen alle unter die drama kategorie zumindest ist dieses genre passt zu allen drei filmen und die waren alle mehr oder weniger im oscar rennen damit habe ich ja heute das kontrastprogramm das schön das passt gut ja weil bei mir ist das passen die drei gut zusammen das war jetzt nicht geplant aber fiel mir mal wieder auf dass dass man das durchaus in sieht sortiert aus aber war eher unfreiwillig sortiert ja schön bin ich mal gespannt ja kannst du sein und fahren wir doch gleich mit dem ersten an und der ist aus dem jahr 1979 und die spannung steigt ja aber hallo was für was für ein spannungsbogen ja ich habe gerade überlegt wie ich überleite aber ich nenne mal einfach den titel und gerechtigkeit für alle heißt der film and justice for all ja fakt klingelt irgendwas da sind sehr prominente namen involviert mit diesem film insofern dachte ich mir dass der titel irgendwas bei dir auslöst und dass du vielleicht schon mal davon gehört hast und der film dreht sich wie schon die anfangs sequenz vermuten lässt weil während der vorspann läuft und während die ganzen credits laufen sehen wir verschiedene abteilungen verschiedene räume verschiedene einstellungen namensschilder schilder die da hängen flure büros seele von einem gerichtsgebäude also es geht tatsächlich wie der titel vermuten mag um alles was ich so vor gericht zuträgt denn das ist ein gerichts drama wie es klassisch an nicht haben können weil alle leute die involviert sind sind in irgendeiner hinsicht angeklagt sind richter sind verteidiger sind anwälte oder arbeiten irgendwie in diesem gerichtsgebäude oder haben damit was zu tun und wie ich schon gesagt habe prominente namen stecken hier hinter der regisseur war norman jewison der regisseur von in der hitze der nacht und der regisseur von mondsüchtig den gibt es noch der ist 94 jahre alt mittlerweile lebt noch hat aber seit glaube ich 20 jahren jetzt filmisch nichts mehr auf die auf die reihe gekriegt bzw gedreht hat sich komplett zurückgezogen und auch den writer könnte man kennen barry lewinson naja auch der war schon im oscar rennen und auf den oscar krieg für rayman also gute leute barry lewinson hat das drehbuch zusammengeschrieben mit valerie curtain die wiederum nicht oscar nominiert ist er als schauspielerin in in erscheinung getreten hat aber zum beispiel auch das drehbuch von toys geschrieben mit robin williams faszinier noch was sagt ach so ja da ist das drehbuch von ihr ein paar bekannte sachen hat sie schon gemacht und in der hauptrolle bei injustice for all haben wir einen schauspieler den alle kennen durften al pacino klingelt es jetzt ein bisschen lauter jetzt so langsam setzt sich da was zusammen im kopf schön jetzt wird es lauter ja ja den wollte ich auch sehen al pacino spielt arthur kirkland es wird die musikalische episode heute ja wenn du sagst es wird lauter dann habe ich jetzt die assoziation dazu die musikalische er spielt arthur kirkland der ist anwalt für mehr unterprivilegierte leute und wo wir ihn kennenlernen am anfang des films sitzt er im knast und wird gerade aus dem knast entlassen weil der nämlich etwas unfreundlich war zu einem richter und war nicht das erste mal dass der dann danach wegen missachtung des gerichts eingesperrt worden ist finde nacht da kommt mal runter also er so ein aufbrausender typ und die richter sind nicht gut auf den zu sprechen also die sperren gerne mal weg weil er wieder über die über die strengen geschlägt und weil ein al pacino mani wieder zu sehr ausflippt oder den richter zu sehr an macht warum der so ein urteil fällt das ist ja abgefahren so was darf man sich öfter erlauben ja offensichtlich darf man sich so was öfter erlauben ja aber du wirst dann auch so die die polizei die polizisten die da patrouillieren in diesem knast und da die werter die kennen ihn auf jeden fall schon beim namen und die lassen ihn raus und sagen ja ok kannst wieder rauskommen und ganz oben auf der liste von seinen feinden steht richter henry t fleming der wird gespielt von john forsyth sicher ultra bekannt als blake herrington im denverklang oder ich kenne auch aus die geister die ich rief das spielte ja irgendwie ein chef von burt murray in der firma und der spielt hier auch ein mega krasses stoisches arschloch weil richter henry t fleming ist so ein krasser hardliner dass er sagt wenn hier irgend einer vor gericht ist dann wird das schon den grund gehabt haben dann wird der schon irgendeine scheiße gebaut haben der hört sich gar nicht groß an was sie da verbrochen haben bei dem geht es einfach nur darum okay wie viel verknack ich denn das heißt das ist so ein hardliner dass du davon ausgehen kannst dass du als anwalt kannst dir ein bein ausreißen du wirst ja nichts reißen können für deinen für deinen mandanten weil der typ wird den in den knast bringen weil er sagt okay ihr steht hier bei mir vor gericht und so irgendwas irgendeine scheiße habt ihr gebaut guckt wie du aussiehst guckt wie du rumläufst du gehörst in den knast du gehörst weggesperrt das sind alles tiere also richtig miedes arschloch ja ach gott und der hat auch einen typen wegen dem wegen einem rücklicht wegen dem fehlenden rücklicht auf seinem fahrrad hat er einsperren lassen al pacino in der rolle des verteidigers von ihm hat hat bewiesen dass er nichts gemacht hat und er lässt ihn aber nicht aus dem knast raus seit einem halben jahr der sitzt seit einem halben jahr irgendwie im knast dieser flemming also dieser flemming hat diesen typ in den knast geschickt und er kriegt ihn nicht rausgeboxt wie geht das denn mit einem kaputten rücklicht alter ja ja weil der nämlich noch da so ein paar sachen draufgelegt hat und so ich will jetzt nicht zu viel verraten aber auf jeden fall ist er ziemlich krasses arschloch okay und immer wenn pacino ihn halt irgendwie zum zum mit ihm reden will oder den irgendwie zur seite zieht sagt er soll soll ich soll ich dich jetzt wieder einbuchten lassen oder lässt du mich jetzt mal in ruhe hier nach hause gehen besser also er will sich gar nicht abgeben mit diesen mit diesen ganzen anwälten und so ist halt ein arschloch und dann wird er eines tages wegen vergewaltigung angeklagt der besagte richter flemming und kirkland die rolle von pacino wird in seinem büro zitiert von den hivis von ihm und von seinen assistenten und die unterbreiten ihm einen vorschlag und sagen dass die gerne hätten dass kirkland ihn vertritt vor gericht bei der verteidigung ja er denkt natürlich an den üblen witz und denkt so willst du mich verarschen so von wegen so also warum so ausgerechnet ich sie vertreten und der ansatz ist eigentlich ganz interessant weil er sagt wenn der mensch der mich am wenigsten leiden kann und mit dem ich vor gericht die meisten auseinandersetzung hatte sich bereit erklärt mich zu verteidigen und ich bin unschuldig sagt er ich habe dieser ich habe diese damen nicht vergewaltigt ich habe nichts mit der zu tun ich hatte ein date mit ihr und so hin und her wird das nichts gelaufen und das kann ich auch das können sie beweisen also sie können ihrem job nachgehen wie sie wollen ich bin unschuldig aber es wirkt natürlich nach außen hin für die außendarstellung wirkt das besser wenn der typ mich verteidigt der mich überhaupt nicht leiden kann weil wenn der meine unschuld glaubt dann müssen natürlich auch alle anderen meine unschuld glauben also er spielt mit offenen karten ja ja ist ein guter ansatz klar und pacino hat erstens ein fall der komplett größer ist als alles andere was er sonst behandelt diese kleinen kriminellen irgendwelche leute die mit einem kaputten rücklicht irgendwie unterwegs sind sondern er hat hier einen fall von einem angesehenen richter den er vor gericht verteidigt also hier geht es schon mal um kohle hier geht es schon prestig um ganz andere sachen und der lässt sich irgendwann darauf ein nachdem er nachdem er ihn so ein bisschen vollgequatscht hat naja aber es ist natürlich ein interessanter konflikt der da aufgemacht wird für den protagonisten dann auf jeden fall den man vertreten muss von dem du wahrscheinlich moralisch sagen würdest der hat es verdient den knast zu gehen für alle anderen dinge aber jetzt in diesem konkreten fall war er vielleicht unschuldig und deswegen darf er dafür nicht verurteilt werden richtig und das ist eine interessante dynamik zwischen den beiden weil normalerweise wollten die beiden nichts miteinander zu tun haben und jetzt müssen die zusammen sich hinsetzen und einen plan machen und sich unterhalten und sagen was da vorgefallen ist das erste was er zu john forsy sagt ist dass er sagt wir müssen lügendetektor test machen weil ich will erst mal wissen ob du überhaupt schuldig oder unschuldig bist dann sagt er das wird aber vor gericht nicht zugelassen da sagt er darum geht es auch nicht es geht darum erst mal einen ansatz zu haben ob das überhaupt alles stimmt was du mir erzählst und er macht lügendetektor test mit ihm und den besteht damit bravour das war in den siebzigern schon ding ja okay es war in den siebzigern schon ding und 79 ja gut okay da waren ja schon fast die 80er und das ist es ist glaube ich immer noch nicht vor gericht zugelassen glaube ich das hat sich mittlerweile nichts daran ändert oder ich glaube lügendetektor test also die dürfen mit einbezogen werden in die verteidigung und so alles andere aber es darf jetzt nicht das urteil irgendwie beeinflussen glaube ich ist jetzt das gesetz und das hat sich auch nicht das hat sich von allen jahren glaube ich nicht geändert ja und jetzt geht es um diesen konflikt und besonders interessant an diesem film sind doch die nebencharaktere die hier eine rolle spielen weil es gibt unter anderem einen anderen richter der mit dem auch schon die rolle von pacino zu tun hatte und das ist ein typ alter der ist richtig genial der richter wird gespielt von jack warden jack warden ist ja auch ein großer name in der film- und seriengeschichte und der sagt halt das geht hier um recht und gerechtigkeit vor gericht und das recht bin ich und zeigt auf sicht und gerechtigkeit zeigt halt so unter seiner rohe hat er nämlich eine knarre und gerechtigkeit ist hier und wenn es dann laut im gericht wäre und die sich dann irgendwie angehen oder sich an die gurgel gehen wollen dann schießt auch schon mal gegen die decke und sagt jetzt mal ruhe im saal und holt seine knarre raus und schießt einfach mal irgendwie schießt mal kurz zwei dreimal in die luft und sagt so gib mal hier ruhe also schon krass wie der film ist offenbar so darstellt als wären die richter selber über dem gesetzt ja ja so also so sind die auch in dem moment das sind halt wirklich die das ist halt leider schon also aus heutiger sich natürlich auch super spannend weil das ist natürlich mit ein faktor der schon verantwortlich ist für das problem von diesem ganzen justizsystem ja gut wenn wir jetzt schon bei der wenn wir noch weitermachen mit der kirche und co weißt du so die diejenigen die eigentlich so die glauben und christentum predigen und dann aber sich an minderjährigen vergreifen und so das ist ja genau das gleiche sind ja wirklich die leute die dann einfluss haben so auf auf bestimmte sachen weißt du und rang haben in der gesellschaft und von vielen halt irgendwie verehrt wurden und das ausgerechnet wenn die dann dreck am steck haben ist natürlich sehr interessant und ambivalent und das interessante ist dass es dieser richter das den tatsächlich gegeben hat also dass der aufgrund ein der hat ein reales vorbild war alle von jack warden unter anderem hat er wirklich das ist halt so ein typ der hat immer auch gerne netten ervenkitzel sucht der nimmt der al pacino mit in seinen helikopter hat hat einen flugschein fährt mit dem hubschrauber los und der sagt im helikopter in der luft wo el pacino sowieso schon die ganze zeit schlecht wird weil er da seine runden dreht und so sagte ja ich finde es ist ein besonderer reiz so lange zu warten bis mein benzintank auf reserve ist und dann versuchen noch mal zurückzufahren fliegen gilt zu fliegen genau aber ich fliege da noch mal irgendwie zehn 15 minuten länger weg weißt du also da wo eigentlich rechnerisch gerade so zurückkommen müsste dafür da fliegt dann auch gerne 15 minuten länger weil das ist dann ein größerer narvenkitzel wie der kramer bei seinfeld das ist das auto test fährt ja und jack warden ist halt so ein typ der gerne nervenkitzel sucht weißt du wo der sein mittagsbrot nimmt der setzt sich draußen am vierten stock von diesem gerichtsgebäude setzt er sich auf den sims draußen hin lässt die baume unten baumeln im vierten stock und packt dann so sein belegtes brötchen aus und ist auf den sims das heißt ach die beine baumeln okay ja scheint ein adrenalin junkie zu sein also krasser typ auf jeden fall die rolle von jack warden und der leitet dann die verhandlung von diesem fall ne ne der hat in diesem fall nichts zu tun der ist auch das ist schon einer mit denen al pacino als arthur kirkland besser klarkommt der hat aber mit dem fall hier nichts zu tun das heißt ein anderer richter der diesen fall verfolgt aber es werden halt verschiedene leute in diesem gericht und verschiedene beziehungen die hier geführt werden werden halt etabliert und das meine ich dass diese nebencharaktere teilweise sehr interessant sind und andere richter sehr interessant ist auch ein kollege von kirkland der wird gespielt lang für im debüt jeffrey tambour noch sehr jung und der typ kriegt im laufe des films probleme was die psychische belastung angeht weil der tickt irgendwann aus weil nämlich diese ganze dieses von wegen diese verantwortung dass er über über die unschuld und schuld von leuten dann irgendwie entscheiden muss und dann bekommt halt leibhaftig mit wie die halt unschuldige in den knast geschickt werden weil er grad irgendwie versoffen aus der kneipe kam oder die letzte nacht irgendwie nicht so fit war und deswegen die verteidigung nicht so aufbauen konnte wie er wollte das bricht im laufe des films der fängt dann ganz also das heißt harmlos aber für damalige zeit war das auch ein skandal aber da kommt dann auf so ein richterfest wo dann so angesehen leute sind politiker senatoren und hat sich halt den kopf komplett rasiert komplett kahl rasiert okay was ja heute okay ist wenn einer mit dem kahlrasierten kopf ankommt damals denkst du so okay der typ hat einen mental breakdown so britney spears mäßig und das ist nur der anfang der fängt dann irgendwann im gerichtsgebäude halt mit tellern zu werfen das ist auch eine legendäre szene der steht dann im gang und wirft dann mit tellern durch die gegend hat sich also komplett so einen wagen mit tellern aus der kantine geholt aber so der hat dann auch nichts mit dem fall zu tun der hat nichts direkt mit dem fall zu tun aber das heißt es spielen hier schon einige leute eine rolle die eigentlich mit dem fall nichts zu tun haben geht es überhaupt auch um den fall ja ja es geht auch um den fall aber es geht in erster linie darum das justizsystem ein bisschen zu beleuchten und zu gucken wie so ein gerichtsgebäude tickt und dann konzentriert sich der film hat nicht nur auf diesen bestimmten fall sondern guckt auch links und rechts wer arbeitet da noch mit wem ist er connected mit wem ist er gut was passiert bei den anderen verteidiger der verteidiger von der von der gegenseite der wird auch gespielt von einem prominenten herrn craig t nelson spielte naja und dann haben noch die stressberg ist persönlich der spät alpacinos vater der mittlerweile im heim ist und der ab und zu von alpacino besucht wird und der so sein mentor ist aber auch in alzheimer landet und so langsam sein leidet und langsam sein gedächtnis verliert also die strassberg im self der große schauspiellehrer spielt ja auch eine gute besetzung und das ist wirklich so ein einblick ins ins justizsystem in den amerikanischen staaten und gleichzeitig auch eine anklage desgleichen weil du siehst wie falsch einiges läuft und wie unschuldig halt im knast wie mit denen umgegangen wird und wie teilweise random urteile gefällt werden oder nach laune des richters und und was für richter hier teilweise wie gesagt hinter den hier das sagen und das schalten und das walten haben also inklusive jetzt natürlich auch die rolle von jack warden wo man sich auch an der einen oder anderen stelle fragen lesen helikopter und der knarre und so ist der noch zurechnungsfähig was der macht kann der überhaupt noch was ist der ist der überhaupt noch ist der noch sein ja weil nach dem dritten moment so mit dem helikopter und so fragst du dich schon so okay der typ ist nicht ganz dicht und der entscheidet über leben und tot na ja klar ja das scheint ja mehr sozialkritik als gerichtstrama zu sein das ist alles aber es spielt das schon primär wirklich in diesem gerichtsgebäude insofern ist das schon ja ich finde spielt mit rein ja jetzt immer wieder bei dieser genre definition für mich geht es bei einem gerichts drama halt nicht nur darum dass das meiste davon im gericht stattfindet sondern auch dass es um einen konkreten fall geht den wir von anfang bis ende begleiten und ja das ist hier in dem fall hier scheint es ja mehr um das justizsystem und die abläufe darin zu gehen ja also das letzte drittel dreht sich halt primär wirklich um diesen fall also das das gewicht die gewichtung gibt dann schon so in die richtung dass wir erfahren was ist da letztendlich passiert es kommen natürlich auch ein paar wendungen rein wo du dich jetzt fragst ist er schuldig ist er nicht unschuldig und so und das liegt natürlich dann beim publikum das zu entscheiden und am ende gibt es noch eine legendäre szene von pacino vor gericht und mit einem legendären zitat was ich hier nicht nennen will für diejenigen die es nicht mitbekommen haben aber ich sag mal so also der film endet auf jeden fall mit einem bang schon ganz geil ja ich will ihn nach wie vor sehen schön das so obwohl ich ihn bewährt obwohl ich ihn rezensiert ja hätte ja sein können dass mir jetzt hier tierisch die lust nimmst aber im gegenteil das hört sich alles sehr gut an wie lange geht denn das der geht knapp zwei stunden circa zwei stunden und lewinson hat hier das drehbuch geschrieben und lewinson ist auch bekannt dafür dass der film inszeniert die beziehungsweise schreibt zu papier bringt die premium baltimore spielen baltimore und der spielt auch in baltimore unter anderem hat er ja deiner glaube ich geschrieben und hier wie ist der ten man glaube ich mit dann individu und richard dreifuss ich bin ja alle in baltimore achso und interessanterweise pacino war oscar nominiert und das drehbuch von lewinson oscar nominiert ich wollte gerade fragen weil das war ja so absolute hochzeit von pacino also der hat da ja so einen fulminanten start hingelegt mit dem paten und dann eben die folge jahre und da haben wir neulich schon mal darüber gesprochen dass der da wirklich ich glaube der war drei vier jahre in folge war der immer nominiert für ein schauspiel oscar und das interessante ist dass er immer für den schauspiel oscar nominiert war wenn lee strassberg in dem film mitgespielt hat weil der war nämlich auch beim godfather mit bei und so jedes mal und hier auch und wenn pacino jedes mal oscar nominiert war war vier vier film hintereinander war strassberg in dem film mit mit dabei das fand ich schon ganz witzig dog day after noon auch da rein da hat er glaube ich auch mit rein da hat er auch mit gespielt das waren vier film hintereinander das fand ich auch ganz witzig die statistik ist ja geil war so ein bisschen sein sein talisman aber umso interessanter ist es dass er wegen and justice for all und gerechtigkeit für alle musste er die rolle in kramer versus kramer absagen die ja ursprünglich pacino angeboten worden ist und wer gibt es viele rollen wo die beiden auf dem plan standen richtig und wer hat den schauspiel oscar gewonnen in dem jahr das sind hoffen das hoffen für kramer versus kramer und der stach pacino aus interessanterweise von dem film dem ihm voll dem ihm davor angeboten wurde schon abgefahren wie das leben so spielt ja hat ein budget von sechs millionen gehabt hat ein box office von 33,3 millionen gehabt also durchaus auch an den kinokassen recht erfolgreich gewesen und gerechtigkeit für alle aus dem jahr 1979 für mich eine erstichtung geiler film klingt so ja hast denn irgendwelche kritikpunkte das war jetzt alles schon eher eine lobhudelei nö nichts auszusetzen oder nö nicht wirklich nichts was mir jetzt groß einfallen würde john forst fand ich krass jack warden schauspielerisch gibt es ja nichts aussetzen jeffrey tambor ist cool geile besetzung pacino natürlich gut wie immer was ganz geil ist aber so jung kann wie war was glaubst du wie alt war jeffrey tambor weil ich glaube der ist auch relativ spät so groß geworden ja gut möglich also der wird schon so 30 oder so wird er schon gewesen sein so 30 mitte 30 bis 35 würde ich ihm schon würde ich ihm schon zutrauen zu dem zeitpunkt und was witzig ist ist dass du während des films halt du siehst diesen richter du siehst john forst der angeklagt ist wegen vergewaltigung weißt du und der irgendwelche leute unschuldig in knast schickt obwohl er das weiß und im gegensatz zu sonst wirkt al pacino in diesem film wie der normalste und das ist ja selten ja al pacino ist ja immer der der am meisten ausflippt und so und hier versucht er die leute von sachen zu überzeugen die halt wirklich so weißt du die halt auf der hand liegen wo du als zuschauer denkst so ja logisch klar warum sehen die das nicht ja stimmt das ist wirklich oft andersrum also dass pacino so the most sane person in a movie ist das ist schon selten genug und gerade in so einem in so einem ensemble ding es fiel mir auch auf dass der hier wirklich eine rolle spielt dass er eigentlich wirklich der vernünftigste ist und der der wo die ansichten auch am meisten vertretbar sind und bei den anderen ist entweder moralisch fragwürdig oder die sind halt durchgeknallt geistesgestört wie jeffrey tambor das ist aber wirklich selten das ist ein bisschen untypisch in seinen filmen also vor allem so bei den frühen ja ja genau fand ich auch witzig und es war hier ein bisschen aufbrausen und kann halt nicht verstehen warum die das nicht checken so weißt du das dass sein mandant nichts getan hat aber erst trotzdem du kannst alles nachvollziehen was er tut der ist nicht irrational in keinem einzigen moment in diesem film schon abgefahren ja das klingt gut ja und gerechtigkeit für alle in justice for all 79 ich komme zu den punkten imdb 7,4 der meter scott ziemlich schwach mit 58 wie ich finde weiß ich auch nicht warum rotten tomatoes ich fand 7,4 schon nicht doll ja gut rotten tomatoes 6,8 und 3,9 gibt es vom publikum letterboxd ist hier immerhin noch beinahe 3,7 also du klangst deutlich besser schon gedacht das hätte eigentlich so zwischen 8 und 10 alles sein können jetzt so euphorisch gleich naja ja schon also klangst ja wirklich ausgesprochen gut unterhalten fuck mit dem was er macht macht er schon einiges richtig aber ist jetzt nicht mein absoluter lieblingsfilm geworden ich ach fuck du bist vielleicht bei 8 ich sag 8,5 8 ach Gott immer mit ankündigen jetzt ey das ist das ist neu jetzt ja dabei hast du mir beigebracht ich glaub an das Gute nimm doch das Erste ja manchmal liegst du ja richtig mit den Guten aber nicht immer also wahrscheinlich wären 8,5 auch vertretbar aber es ist halt hier für eine gute Film naja jetzt will er hier zurückrudern naja ja ja ich sag guess I'm not trying to be a Leonardo de Krap on your plansio trotzdem ne immer wieder mal den Second Jan machen hier hey dude what's with the hostility vielleicht hab ich ja gleich mit dem Schlimmsten von allen mit dem worum geht's den Second Jan machen ist ja wohl wirklich die Königsklasse ja das muss jahrelang bis in letzter Zeit immer wieder mal so ein bisschen in der Richtung unterwegs finde ich jetzt geht's los jetzt geht wieder dieses wie war das Semisecond Jan machen oder so hast du mal sowas in der Richtung so den subtilen Second Jan das wäre ja dann nochmal eine andere Kunst für sich wenn man das so beherrschen würde ja auf jeden du hast aber so eine gewisse Gratwanderung gefunden glaube ich ah ja ja ok ne Gratwanderung gefunden als wenn ich hier studiert hätte und hier naja das ist ja kann man ja schon fast analysieren wenn man das so regelmäßig und so oft macht oder durchgescriptet ja das ist ja auch manchmal ein bisschen also es fiel mir bei dir auch auf so gerade so dieses Privileg von wegen ja es war nett so und dann kann zwischen vier und sechseinhalb alles sein ne die Range ist größer alter bei nett ja oder noch größer aber das ist ja manchmal so dieses dieses subjektive Verhalten ich wette mit dir es gibt halt acht Punkte Filme wo ich halt viel emotionaler drüber rede wo ich halt sage so wo ich halt so weißt du emotionaler drüber bin und viel begeisterter klinge das war ja auch das Ding mit Minions wo du gesagt hast dass sie bei Minions eigentlich besser klangen als bei einem Film wo ich dann irgendwie mehr Punkte gegeben habe aber es ist halt so immer dieses Fazit dann wo du denkst so ja weil du bist halt bei einem Gerichtsdrama bist du auch nicht so super lustig die ganze Zeit am Lachen und am Unterhalten wie bei Minions und deswegen klingt es wahrscheinlich dann auch ein bisschen euphorischer gleichzeitig würde ich sagen also es ist so ja es war ein bisschen subjektiv wie hieß das Gerichtsdrama mit Jon Stewart wo ich bei zehn Punkten war Anatomie eines Mordes das zum Beispiel finde ich auch wenn der nicht lustig ist ist der durch seine Dialoge und so wie er komplett inszeniert und aufgezogen ist halt wahnsinnig spannend und ja ja zieht einen rein so und deswegen finde ich kann man da schon sowieso bei zehn Punkten landen ja das ohne Frage auch wenn es dann nicht besonders euphorisch klingt was ich nur sagen will wenn ich hier und dann kann Poly rezensiere wo ich mich totlache 20 Minuten lang dann geht man automatisch davon aus dass das eine Zehn ist weißt du und dann gibt es aber so ein Gerichtsdrama der auch zehn Punkte ist wo ich dann genauso normal halt drüber rede und den normal rezensiere der vielleicht die gleiche Punktzahl kriegt aber es klingt halt aufgrund der Emotion und dadurch dass ich viel lustiger dabei bin und so klingt es halt irgendwie anders weißt was du meinst also ein bisschen dieses Zünglein an der Waage bilde mir auch ein das auf dem Schirm zu haben das lässt sich aber nicht immer gleich differenzieren stimmt schon ein bisschen andersrum genauso ja eben und das ist ja so ein Punkt dass man ja teilweise auch ausschlägt okay ich tendiere das und das aber wo das eine ist dann raten so weißt du ist er jetzt positiv oder negativ also das habe ich ja bei dir auch oft so dass dieses von wegen ja wo zeigt jetzt der Zeiger hin aber gut dann wie gesagt worum geht's jetzt zu dir es geht um dick um welchen dick das ist die Figur von Timothy Olyphant in meinem nächsten Film mhm der Film heißt High Life und ist aus dem Jahr 2009 klingen wir nach einem Stoner Film dachte ich auch ist er nicht ne ok es wurde ein bisschen in die Irre geführt hier Timothy Olyphant spielt wie gesagt dick und der ist ehemaliger Sträfling in ein zwei Szene erfahren wir dass er recht filmbegeistert ist wollte immer Anwalt werden hat das aber nicht gut auf die Kette bekommen ist dann eben im Knast gelandet und damit war das Thema dann auch ziemlich durch und arbeitet dann als er jetzt das letzte Mal rausgekommen ist seitdem als Hausmeister in so einem Krankenhaus und putzte halt irgendwelche Korgummis vom Boden und ja versucht halt ein ehrliches Leben zu führen nachdem da die kriminelle Karriere davor nicht zu wahnsinnig viel geführt hat jetzt das ist einer von diesen Filmen wo du ne Szene von kurz vorm Ende zum Beginn des Films siehst und dann springen die zurück um zu erzählen wie er dahin gekommen ist das heißt erste Szene sehen wir dick in einem Wagen sitzen um ihn rum wird wild geschossen und er hat gerade aus dem Handschuhfach ne Knarre geholt und überlegt sich was er da gar nicht gerade macht und dann springt der Film zurück und dann sehen wir ihn eben in seinem harmlosen Job und dann sehen wir dass sein langjähriger Freund und auch Zellengenosse Buck der wird gerade aus dem Knast entlassen und sein erster Trip ist sofort er steigt in den Bus und fährt zu Dick der hat rausgefunden wo der arbeitet und sucht ihn auf daraufhin wird Dick auch gleich rausgeschmissen weil Buck nichts besseres zu tun hat als seinem Krankenhaus gleich mal zu rauchen daraufhin kommt halt so ein Vorgesetzter von Dick vorbei und schmeißt die beiden raus weil er sowieso nicht da sein dürfte ja dann hat es also ganze drei Stunden gedauert nach der Entlassung von Buck dass Dick sein Job losgeworden ist und jetzt geht es darum was machen die beiden weil die sind leidenschaftliche Drogenkonsumenten am liebsten Morphium Morphium ok hast du schon mal Morphium bekommen ne das ist krasser Scheiß alter aber es macht er müde als Trippi oder ja ja schon das ist also auf jeden Fall Richtung Downer wenn man halt Verletzungen irgendwie halt besser tragen soll ist halt ein riesen Schmerzmittel ich hab das bei meiner Knie-OP bekommen hab ich dir glaube ich mal erzählt weil das die Narkose die die davor gemacht haben die hat ja nicht so funktioniert und dann wurde ich ja wach du bekommst es ja nur wenn es entweder ambulant ist oder wenn du halt irgendwie wenn die normale Narkose halt nicht richtig greift oder so ansonsten kommt ja Morphium bei der Narkose eigentlich nicht zum Einsatz oder weil du merkst ja eh nichts ne aber eben auf Morphium da schwebst du dann schon ordentlich ok und die spritzen sich das eben immer das hat halt auch den Vorteil sagt er dass das nicht wie mit anderen Drogen ist die du direkt in die Vene spritzen musst sondern Morphium kannst du halt in jeden Muskel spritzen deswegen ein bisschen unkomplizierter das ganze und für ihn ist das so die classy Variante Drogen zu nehmen trotzdem sieht man an ihm und seiner Optik schon dass er naja Slacker leben wäre noch untertrieben also er sieht schon ziemlich runtergekommen aus und der Fokus liegt definitiv auf dem Drogenkonsum ja jetzt ist er durch also achso wir befinden uns 1983 insofern wichtig weil Buck war jetzt eben jahrelang im Knasten als er rauskommt hat sich die Welt schon so ein bisschen verändert dass er zum Beispiel schon völlig damit überfordert ist als Dick mit ihm zu einer ATM Maschine geht um Geld zu ziehen was aus heutiger Sicht natürlich völlig selbstverständlich ist ist für Buck halt voll das Wunderwerk weil so wie jetzt so ich krieg da mein Geld ja klar funktioniert so und so Dick erklärt ihm das und bei dieser Diskussion wird gerade in dieser Bank dieser Automat neu befüllt und er kann da so durch die Tür einen Blick erhaschen und sieht was da vonstatten geht und kommt deswegen auf die Idee diese Bank auszurauben wenn das nächste Mal dieses Ding befüllt wird und dann schmieden die beiden einen Plan um eben die Bank auszurauben da wird dann noch ein anderer ehemaliger Krimineller mit involviert Donny der wurde auch vor einiger Zeit entlassen und der hält sich über Wasser indem er so im Altersheim die Omas wenn die sich irgendwie zum Stricken treffen und ihre Handtaschen da liegen dann schnappt er sich da die Brieftaschen die haben ihr die meisten haben ihren Code für die EC-Karte irgendwo in der Handtasche stehen dann geht er an den Bankautomaten zieht sich Geld und bringt dann aber auch die Brieftaschen zurück weil er sagt das ist ja total doof wenn du dann deinen Ausweis und alles verloren hast sondern ist also auch so ein Krimineller der guten Sorte und den wollen sie auch noch involvieren und ja dann ist aber halt der Plan involviert noch eine Person die sie brauchen und da kommt noch eine Figur auf den Plan der Typ heißt warte mal Billy genau und Billy ist so Modell Frauenheld den finden alle super der ist auch Krimineller auch Morphium abhängig und macht deswegen natürlich schnell mit das große und entscheidende Ding ist aber der wurde bisher noch nie erwischt das heißt der war noch nicht im Knast und ist deswegen bei Donnie und Buck die trauen dem halt nicht weil die sagen so der war noch nie drin und deswegen gehört der nicht zu uns und ist deswegen für die beiden so ein Faktor dem sie halt nicht trauen können jetzt sind aber eben jetzt ist die ganze Truppe eh schon wahnsinnig planlos und du kannst eigentlich keinem einzigen trauen weil die eh nichts auf die Kette kriegen deswegen dieser Plan ist sehr ambitioniert klingt zwar einfach aber das scheitert halt schon daran dass die nicht fünf Minuten zu viert im Auto ruhig sitzen können ohne dass der eine mit dem anderen Stress anfängt also auch Bug ist halt so ich gebe einen Fick auf alles und deswegen eskaliert die Nummer dann natürlich maßlos was wir ja schon an der ersten Szene gesehen haben dass dann da plötzlich wild rumgeballert wird was natürlich nicht der plan war dass überhaupt jemand eine Waffe dabei hat war eh nicht geplant also da läuft dann alles anders ja und deswegen geht es auch wenn Drogen hier eine Rolle spielen geht es hier halt eher um diesen Überfall und wie sie dahin kommen ey und das ganze Ding das ist unfassbar wie sich ein Film der so kurz ist dermaßen ziehen kann der geht eine Stunde und 20 Minuten und hat Längen oder was und hat wirklich Längen und kommt nicht in die Gänge hey und das was dann da passiert ist weder großartig lustig noch irgendwie gibt es ja sonst irgendwie was also ach das ist nichts oje der war leider echt lame leider echt lame ja also Timothy Oliphant ist ja auch mit Abstand der prominenteste aus dem Cast Barker wird von Steven Eric McIntyre gespielt hat 61 Credits hatte in Nobody auch noch eine kleine Rolle ich meine mit diesen 61 Credits trotzdem kein Headshot auf IMDb ich finde das ist auch schon immer ein guter Ausschlag dafür ob die Leute in irgendeiner Form prominent sind Donnie wird von Joe Anderson gespielt den könnte man schon auch kennen hat viel Serie gemacht so bei Hannibal und die Outza hat das mit gespielt oder The Grey war auch dabei und Billy hat zumindest prominente Bruder von Kiefer Sutherland ok ja hat bei Possessor mitgespielt hier von vor zwei Jahren hat auch 50 Credits aber eben also also offensichtlich hat Donald Sutherland dann zwei Kinder von verschiedenen Frauen wenn Halbbruder oder ja wenn ich richtig gerechnet habe gut mitgedacht ja ok Regisseur des Ganzen ist Gary Yates ich kannte nichts anderes von dem der hat 41 Credits und dabei sind fast alles sind diese Hallmark Channel Fernsehfilme die du schon am Cover erkennst was auch gerne immer so irgendeinen Weihnachtsbezug hat auf jeden Fall immer irgendeinen Paarbezug und natürlich auch immer so das heteronormative Ding also das ist halt auch wahnsinnig amerikanisch Hausfrauen gedönst leider ja und das ist wirklich krass also seine Vita ist voll mit diesen Dingern und dann gab es zwischendurch diesen Film ja das ganze basiert auf einem Stück von Lee McDougal der das auch mitgeschrieben hat aber das ist wirklich keine geile Geschichte und auch nicht besonders spannend erzählt und leider also im besten Fall durchschnittlich also ja wie gesagt sehr egal der Film war leider nix dann komme ich zu den Zahlen zu diesem kleinen Filmchen der immerhin noch ab 16 freigegeben ist weil da natürlich eine Menge Drogen konsumiert werden auf IMDb gibt es eine 6,0 kein Metascore auf Rotten Tomatoes eine 6,6 von der Kritik und vom Publikum 3 von 5 das ist krass bei der Kritik sind es wirklich 80% Empfehlung beim Publikum gerade mal 43% Letterboxd 3,0 klingt trotzdem wirklich alles besser als du wenn du jetzt bei Letterboxd Filmen bewerten würdest würde der wahrscheinlich nicht 3 Sterne kriegen kann ich mir vorstellen wenn ich mal laut denken darf darfst du ich werde es halt nicht bewerten weil das wäre glaube ich nicht clever brauchst du nicht ich entscheide mich für eine 4 eine 4 ist richtig eine 4 ist richtig ja kannst du mal sehen sehr schön nice ja 4 Punkte für Highlife war nicht so Highlife ja Lowlife war das schlecht ziemlich low leider tja schade naja gut so ich hoffe dein nächster ist besser dann komme ich auch wieder zu anspruchsvollen Stoff natürlich hier für die Arthouse Fans wieder im Oscarrennen jetzt ich bin gespannt ja wieder im Oscarrennen und der Regisseur beziehungsweise der Film der nächste und derjenige den inszeniert hat ist Tom Hooper ja und der hat ja schon großartige Stoffe die im Oscarrennen waren inszeniert wie The King's Speech den mochte ich ja sehr der war toll aber von ihm ist auch Cats darf man mal nicht unterschlagen an dieser Stelle das stimmt ja der hatte auch was ja genau der schlug dann eher in die andere Richtung aus und war was das Oscarrennen angeht kein Thema und von ihm ist der Film über den ich jetzt rede The Danish Girl aus dem Jahr 2015 ach witzig den kanntest du auch noch nicht ne den hab ich noch nie gesehen ja der fehlt mir nämlich auch noch hatte ich auch immer wieder in meiner Wunschliste und diesmal hatte ich tatsächlich als Ausschlaggebende Punkt dass Amazon mittlerweile anzeigt dass die Filme nur noch vier Wochen irgendwie online sind ach so jetzt muss ich beeilen ach echt siehst du ich hätte gedacht das ist einer von den Filmen wo du dir ungesehen die Blu-ray kaufst ne weil das war schon so der Durchbruch ne von Eddie Redmayne war das der Durchbruch 2015 oder hatte der davor schon also gut der war wahrscheinlich auch irgendwie bei Harry Potter involviert oder ich weiß nicht ne ich überlege gerade The Theory of Everything ne der war danach war der danach schon oder der war doch irgendwie 2018 oder so ne ne so spät so viel danach also wenn dann war es im nächsten Jahr oder so also der ist schon auch sechs Jahre her echt so lange ist der schon her auf jeden Fall ist jetzt weiß ich nicht also ich hab jetzt auch über jetzt hast du mich zum Überlegen gebracht weil ich bin mir nicht sicher ich ging eigentlich davon aus dass ich davor schon ein paar Filme mit ihm gesehen habe aber wüsstest du viel so von davor ne ich bin mir nicht sicher er müsste das mal chronologisch oder seine Filmografie aufrufen und dann wüsste ich ob mir davor schon aufgefallen ist aber natürlich ist da so der Oscar Jury und so in Erscheinung getreten weil er ist natürlich nominiert worden für The Danish Girl und insgesamt gab es noch drei andere Nominierungen nämlich für die weibliche Nebendarstellerin und das ist Alicia Vikander und die hat den Oscar auch gewonnen das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm Alter ich auch nicht krass die ist Oscar Preisträgerin für The Danish Girl der Film war für Kostüme nominiert und der Film war für Production Design nominiert und das Drehbuch wurde geschrieben von Lucinda Coxon die hat nicht so viel gemacht die hat 2018 ebenfalls ein Period Piece zum Papier gebracht The Little Stranger da könnte vielleicht der eine oder andere was davon gehört haben Dommel Gleason spielt da mit Will Powter also schon ganz gut besetzt da ist das Drehbuch von ihr ansonsten nicht so viel gemacht und die Buchvorlage von dem Script ist von David Ebershoff du hast ihn demnach auch noch nicht gesehen ne ok ja und wie gesagt also Amazon hat jetzt von wegen zeigt dir jetzt wenn du so durchscrollst durch die Wunschliste was ich gemacht habe zeigte dir von wegen nur noch 4 Wochen gratis verfügbar und so da hab ich gesagt ja komm das war so der nötige Schubs den ich dann brauchte um mir dann den Danish Girl noch einzuziehen bevor er gar nicht mehr zu streamen ist weil da gab es auch einige Filme wo es jetzt heißt zu spät verfügbar ja gar nicht also nicht mal irgendwie von wegen für 3,99 dass man jetzt dafür zahlen muss sondern so gar nicht mehr verfügbar gar nicht mehr hochgeladen und insofern hab ich ihm zugeschlagen wir befinden uns in Dänemark in Kopenhagen im Jahr 1926 und Alisa Vikander und Eddie Redmayne spielen ein Maler-Ehepaar er heißt Einer und sie heißt Gerda du also entschuldige ich stell mir das halt manchmal vor wie das wäre wenn es andersrum wäre und wenn ich dir gesagt hätte so er heißt Einer du hättest auf jeden Fall gesagt und sie heißt Einer ach so ja ja klar das hättest du dir doch nicht nehmen lassen okay okay meinst du nicht jetzt machst du die Wortwitze wir werden sehen ob ich mal ich weiß nicht bin mir nicht sicher ob ich auf diesen billigen Zug aufgesprungen wäre aber es sei dir gegönnt also Kopenhagen 1926 Maler-Ehepaar er wiederum ist Landschaftsmaller das heißt der kommt aus einer Region wo auch so auch so von der Küste und hat halt so viele Landschaftsaufnahmen oder was in Dänemark fast überall ist ja genau hat aber auch das Meer porträtiert porträtiert hat hat auch das Meer gemalt und Landschaftsaufnahmen ohne Menschen und ist damit recht erfolgreich geworden sie wiederum ist Porträtmalerin und wartet so ein bisschen auf ihren Durchbruch also sie geht immer wieder zu Galerien zu Messen aber irgendwie wollen die Galeristen ihre Bilder eher nicht kaufen das wird sich im Laufe des Films ändern ja wie erzähle ich jetzt also du musst dir das so vorstellen die beiden sind so ein bisschen so ein typisches Bohem-Ehepaar hängen halt so auf Partys rum werden von allen akzeptiert sind halt so high life und die beste Freundin von Gerda ist eine interessante Besetzung wird gespielt von Amber Heard und die spielt halt so ein bisschen so das High Society Mädchen von damals akzeptiert halt jeden hängt auch so mit homosexuellen Leuten rum so weißt du ist halt so ist halt sehr weit für die Zeit ist halt alles andere als konservativ und die ist halt befreundet mit diesem Künstler-Ehepaar und warum hast du gesagt dass du das eine interessante Besetzung findest? naja weil ich Amber Heard noch nie in so einer Rolle gesehen habe in so einem Peer-Repease und in so einem Szenario von so einem Künstlerfilm aus dem Jahre 1926 ich finde es untypisch und deswegen naja aber du hast ja gerade gesagt dass die Figur das braucht deswegen finde ich das wiederum eine sehr gelungene und irgendwo auch typische Besetzung weil also du meintest ja gerade die ist irgendwie für die Zeit nicht üblich so ein bisschen modern unterwegs ja und ich meine das ist wir hatten es öfter mal davon dass das halt Schauspielerinnen gibt die irgendwie in Peer-Repeases funktionieren weil sie sowas Zeitloses haben und dann andere wiederum die irgendwo halt sehr unsere Zeit repräsentieren und ich finde Amber Heard ist eher letzteres ja wobei man auch sagen muss also viele Vergleiche die du ja gebracht hast in diesem Zusammenhang bezog sich ja schon noch Filme die vor 200 300 Jahren gespielt haben also 1926 ist jetzt nicht so weit entfernt von unserer Zeit weißt du nö aber es ist trotzdem ein Period Piece wo du halt wirklich glaubhaft eine andere Zeit darstellen willst weißt du nicht also wir haben ja schon mal gesagt dass Emma Stone zum Beispiel auch so ein Typ ist der aber Emma Stone kann ich mir in einem 20er 30er Jahre Szenario weißt du so in so einem Gangster Prohibitionsszenario eher vorstellen als in einem 17. Jahrhundert in so einem Jane Austen Stoff na ich weiß noch bei The Help war das für mich auch so ein Ding dass ich die Zeit halt super glaubwürdig fand und Emma Stone war da aber optisch so eine die so ein bisschen rausgestochen ist weißt du während Jessica Chastain da wunderbar sich eingefügt hat ja es gibt ja auch einen Grund warum Leute dann immer wieder in Peer-Repeases eingesetzt haben so eine Keira Knightley und so die schon Kate Winslet und so die passt da halt einfach ein die 50% aller Stoffe da irgendwie besetzt werden oder hier Saoirse Ronan und so klar sehe ich eh nicht aber gut also Amber Hurt jetzt mal abgesehen von dieser Gerichtsverhandlung ist jetzt für mich auch nicht dieses typische Paris Hilton Ding so dass du denkst ja eigentlich ist eine offensichtlich die Besetzung weil die hängt auch ständig auf diesen Partys rum also eigentlich ist die ja ach so nee so meine ich das auch gar nicht ich meinte eher so dass die halt gut unsere Zeit repräsentiert und deswegen da finde ich klang irgendwie so als wäre das eine naheliegende Besetzung aber da gibt es ja noch genügend andere klar aber grundsätzlich war ich schon überrascht als Amber Hurt da plötzlich auftaucht weißt du so in diesem Film so ich hab halt nicht mit ihr gerechnet das ist schon ganz witzig und die Porträtmalerin Gerda hat einen Auftrag gekriegt nämlich eine Frau zu malen und das Model für diese Frau ist nicht erschienen an dem Tag die ist irgendwie ausgefallen aus irgendeinem Grund und jetzt braucht die irgendjemanden der da Model steht und das naheliegendste ist natürlich ihr Ehemann der sowieso in der Wohnung gerade rumhängt und die bittet ihn kurz mal in die Schuhe zu schlüpfen hier eine Pose einzunehmen und das Kleid so über ihn rüber zu legen damit sie das Porträt einigermaßen realistisch darstellen kann und in dem Moment merkt einer halt in der Rolle also Eddie Redman in der Rolle von einer halt dass ihm dieser weibliche Stoff auf seiner Haut ganz gut gefällt und du siehst halt an seinem Blick so dass ihm das mehr gefällt als er sich vorher irgendwie ausmalen wollte weil primär wollte er eigentlich nur für sie Model stehen und jetzt gefällt ihm das schon ganz gut und in dem Moment kommt auch ihre Freundin rein Spiel von Amber Hurt und tauft dann einer scherzhaft in Lilly um weil er ja gerade dieses Kleid so hat und weil er in diesen weiblichen Schuhen steckt und so und dann diese weibliche Pose einnimmt und sie sagt dann Lilly zu ihm so ach Lilly du bist es und so und dieses Lilly soll dann im Laufe des Films auch so eine Rolle spielen weil das wird so ein bisschen das alte Ego von der Rolle von Eddie Redmayne weil kurze Zeit später entdeckt er halt so durch diesen Moment das war so ein Schlüsselmoment entdeckt er halt dass er sich auch so mit weiblichen Klamotten halt wohlfühlt und fängt dann an unter seinen Klamotten halt so ein Negligé von seiner Frau anzuziehen und so und will das halt auch nicht verstecken und sie zieht ihn dann aus und entdeckt dann okay der trägt halt gerade so ihr Unterhemd und das Ding ist was man was auch sehr interessant geschrieben ist die Rolle von Alicia Vikander ist dass sie alles was er durchläuft im Laufe dieses Films ist sie halt mega supportive das heißt sie akzeptiert das alles sie ist zwar am Anfang so oh ups okay aber sie ist nie irgendwie so dass sie da gegenschießt oder dass sie das irgendwie falsch findet oder dass sie das irgendwie nicht unterstützt sondern sie merkt dass da was abgeht und supportet ihn auch in jeglicher Hinsicht weißt du also es ist halt so dieses auch dieses was ich meinte dieses Labohem Ding dass die auch so leben und leben lassen weißt du nicht so diese strenge Konventionen und wir leben danach sondern wir sind ja dieses Künstlerehepaar damit wir uns auch entfalten wie wir wollen ja gut man könnte es auch Liebe nennen ne ja man könnte es auch Liebe von mir aus aber stimmt schon also weil ja auch gerade wenn man so die Zeit als Umstand bedenkt das ist ja gegebenenfalls auch nochmal eine Hürde weil es eben nicht von allen bedingungslos akzeptiert wird durchaus aber so gar nicht deswegen halten die das ja auch geheim und die tauchen dann auf einen von diesen gesellschaftlichen Events auf diesen Partys taucht dann die Rolle von von Eddie Redmayne komplett als Frau verkleidet auf aber dann halten sie es ja nicht wirklich geheim oder naja doch weil ach er ist dann Lily er ist Lily und Lily ist Einer's Cousine na klar ja das ist die Cousine und so wird sie auch vorgestellt und die einzige die natürlich durchblickt und weiß wer das ist ist Amber Heard als Freundin naja und seine Frau doch auch oder nicht naja gut seine Frau aber jetzt mal von den Gästen von den Gästen die da sind und von den Leuten denen er halt begegnet für die ist halt diese mysteriöse Cousine und diese mysteriöse Cousine wird dann auch an dem Abend zum Tanzen aufgefordert und angegraben von der Rolle von Ben Musho und das ist auch interessant weil während er sie anspricht und während er sie so bezirzt und sie umwirkt weißt du halt auch nicht okay wie tickt der Typ sexuell und weiß der dass der hier gerade keine Frau vor sich hat weißt du also insofern du bist ja nicht sicher weiß der genau was er macht oder und die Rolle von Eddie Redmayne spielt es auch so dass er sich auch nicht sicher ist in dem Moment okay weiß der gerade dass ich gerade in Frauenkleidern stecke und weiß der was was ich für einer bin weil er will ihn wiedersehen und so und das ist schon ganz interessant gemacht und aus diesem anfänglichen Spiel jetzt um diese Lilly rum wo die halt so scherzhaft immer diese Lilly erwähnen wird dann wirklich so eine zweite Persönlichkeit für Eddie Redmayne und die Gewichtung von Lilly und einer die kippt dann komplett auf die andere Seite das nämlich das Wahnsinn nehmen dass Lilly dann überwiegt obwohl die sich dann einig waren relativ schnell dass das mit Lilly nicht funktionieren wird in dieser Ehe und dass Lilly halt praktisch gehen muss aber das funktioniert für die Rolle von Eddie Redmayne nicht für einer und das geht um diese beiden Persönlichkeiten im Körper von einem Menschen darum dreht sich der Film und es gibt natürlich auch medizinische Ansätze hier es gibt psychologische Ansätze die drauf und dran waren die Personen natürlich einzusperren mit Elektroschlägen zu matritieren weißt du oder zu bekehren oder wir können das heilen heißt es dann immer weißt du und deswegen ist das immer auch so ein Zwiespalt von deswegen finde ich tatsächlich dass die Rolle von Alicia Vikander hier teilweise Eddie Redmayne komplett an die Wand spielt weil die opfert sich halt komplett auf im Laufe des Films und irgendwann geht es halt nicht mehr irgendwann ist sie bei einem Punkt wo sie halt komplett bricht wo sie halt sagt so ich habe jetzt nur supported habe jetzt alles von mir gegeben so jetzt muss ich mal an mich denken so weißt du und bricht halt komplett zusammen so und das ist halt ein Moment da kippt halt so ihre ganze Figur in diesem Film und das ist schon richtig geil von ihr gespielt also die zeigt dir schauspielisch definitiv einiges Eddie Redmayne ist halt sowieso jetzt nicht der männlichste Schauspieler den ich kenne insofern der wirkt hier schon realistisch als Frau verkleidet aber es ist so ein bisschen so dieses Oscar bait Ding so so Männer und umgekehrt Frauen die sich als Männer verkleidet haben Shakespeare in Love und hier Glenn Close und Co da gab es ja tausende es war ja immer so ein bisschen Oscar Oscar Nominierung ist dir garantiert wenn du irgendwie ein alteres Geschlecht spielst Tutsi ja ja klar also wie dieser Boys Don't Cry Mut zur Hässlichkeit ist auch ein beliebtes Rezept wenn es um sowas geht ja aber ich finde es ist schon ein großes Ding jetzt bei sowas oder es macht einen großen Unterschied ob man das Gefühl hat es wurde nur im Hinblick darauf geschrieben oder die Geschichte funktioniert auch ohne irgendwelche Preisverleihung und man glaubt halt dem Protagonisten dass er hier diesen Konflikt durchlebt ja dass das dass das für Awards natürlich ein gefundenes Fressen ist das liegt auf der Hand finde ich ich bin hier so ein bisschen zwiegespalten weil ich finde der Stoff und dieser Konflikt und die Story gibt ein bisschen zu wenig her für diese zwei Stunden das was mich in diesem Film drangehalten sind tatsächlich die schauspielerischen Leistungen von den von den Protagonisten hier und das ist schauspielerisch auf einem ganz hohen Niveau wo ich sage das ist wirklich krass gespielt der Film an sich der Inhalt und dieser Konflikt gibt gar nicht so viel her um da aus dem Film draus zu machen deswegen ist das für mich schon in erster Linie wirklich Oscar-Bild ja siehst du und das finde ich halt schade also ideal ist natürlich wenn das beides funktioniert ja ja ist es definitiv da wo du das vergisst dass das ein Oscar nominierter Film ist aber so wirkt das für mich dann schon so okay den haben wir schon auf wir schielen schon auf die Verleihung und auf die Awards du hast ein paar gute Leute in Nebenrollen die ich noch nicht erwähnt habe Pip Torrance spielt noch mit den kennen wir als Antagonisten bei Preacher Matthias Schönhardt spielt eine wichtige Rolle im Laufe des Films und deutsche Beteiligung Sebastian Koch ist noch dabei naja Unser Mann in Hollywood Unser Mann in Hollywood richtig in dem Fall nicht ganz Hollywood sondern nebenan aber es ist schon ja und es ist grundsätzlich ein interessanter Film aber wie ich finde aber ist das Sekunde ist das keine britische Produktion doch ist es schon aber dann ist er eigentlich Unser Mann in Hollywood dann ist er Unser Mann in Großbritannien das meinte ich ja aber er ist auch Unser Mann in Hollywood aber ja okay weil er hat auch international ja natürlich dieses Projekt um The Danish Girl rum das wurde schon ganz lange gepusht und zwar von Nicole Kidman die fing nämlich schon Anfang 2000 an dieses Buch verfilmen zu wollen und interessanterweise waren am Anfang immer nur weibliche Schauspielerinnen im Gespräch für die Rolle des Einer weil ich weiß nicht ob ich zu weit in die Story eingreifen soll weil es geht natürlich auch um eine historische Begebenheit die sich tatsächlich so zugetragen hat eigentlich ändert es nichts an dem Film oder an dem Verlauf des Films und das ist jetzt auch kein großer Spoiler dass man jetzt sagt so boah warum hat er das jetzt verraten aber ich habe ja schon gesagt dass dieses dieses Gefühl lieber Lilly sein zu wollen das kippt natürlich im Laufe des Films und man hat das ja heute auch das eine oder andere Mal viel gängiger oder viel öfter gehört auch in den Medien oder so dass Leute sich umoperieren lassen und das mündet später in den Wunsch dass Lilly nämlich auch körperlich und physisch einer Frau angeglichen wird das heißt der Film behandelt unter anderem auch eine der ersten Geschlechtsumwandlungen überhaupt der damaligen Zeit nicht die allererste das ist schon mal davor vorgekommen aber es ist noch absolut sehr spekulativ gewesen und das ist damals kein gängiger Prozess gewesen so Geschlechter umzuwandeln insofern hat das natürlich auch gewisse Risiken beinhaltet und darum dreht sich dieser Film und als Kidman das Projekt vorsteht da ging es darum dass weibliche Schauspielerinnen besetzt werden die dann als Männer inszeniert worden sind die dann später logischerweise im Laufe des Films immer weiblicher werden deswegen ist es ganz interessant dass hier Eddie Rabin aus dem anderen Ansatz gewählt hat und da wollte Nicole Kidman selber die Hauptrolle spielen und dann war eine Zeit lang Charlize Theron im Gespräch Gwyneth Paltrow Uma Thurman war im Gespräch aber wenn du jetzt sagst Hauptrolle also für einer oder für für einer alles für einer Marion alles für einer Marion Cotillian und Rachel Weisz war noch dabei also die sollten alle da in diesem Filmprojekt mitspielen irgendwann ist dann Kidman ausgestiegen aus dem Projekt und dann hat Tom Hooper das Projekt wieder aufgegriffen und hat es dann andersrum aufgezogen hat dann einen männlichen Hauptdarsteller genommen hat ihn in die Hauptrolle besetzt von demjenigen der sich dann zu einer Frau wandelt und nicht umgekehrt und es gab für diesen Film wie ist es denn weißt du ob das historisch jetzt so rum richtig ist oder ja ja also historisch gesehen ist das schon die richtige Reihenfolge definitiv das ging jetzt nur um die Inszenierung es gab ein bisschen Kritik trotzdem von den vor den Oscars weil erstens sein Casting als Cisman war natürlich fragwürdig da hat man sich natürlich gefragt okay ist das legitim dass so einer so eine Person darstellt ich meine wir haben jetzt schon das Jahr was war das 2016 2015 da wurden so eine Gespräche schon geführt man hat einen Film der in Dänemark spielt wo nicht ein einziger dänischer Akteur mitspielt das sind alles internationale Schauspieler keine dänischen Schauspieler die Kamera ist Schweden ist die Frage muss man also muss man das so eng sehen aber gut also ich sehe es nicht eng aber ich sage nur dass darum ich habe ein paar Diskussionen gerankt haben und ich meine das ist ja die heutige Zeit ich habe ja jetzt auch hier aber jetzt warte mal ein Brite macht den Film der spielt doch nur in Dänemark ansonsten ist es doch kein dänischer Film oder? ja der spielt in Dänemark aber du hast trotzdem britische Schauspieler darin besetzt und das ist halt die Kritik die da hier angeführt worden ist ja okay ich versuche es nur nachzuvollziehen ich kann es auch nicht nachvollziehen aber es sind halt die Diskussionen die dann kommen und zudem gab es auch Oscar mäßig eine Diskussion weil wie kann als Nebendarstellerin war auch sehr fragwürdig weil die hat halt wirklich eine Stunde Screentime in diesem ganzen Film ja das ist halt das Campaigning das ist das Campaigning das ist die Hälfte des Films also die ist überpräsent in diesem Film also sie als Nebendarstellerin zu bezeichnen ist schon ist schon fast eine Fastest naja gut aber es ist ja aufgegangen also da hat es ja anscheinend die besten Chancen gehabt gut klar dann ist es halt so ein politisches Ding aber es ist ja trotzdem vorab dass man sagt so ein Witz ja hier hast du ein gutes Beispiel desgleichen ja The Danish Girl knapp zwei Stunden schauspielerisch interessant insgesamt als Drama hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen aber sehr zeitgemäß und schon so am schon so am Puls der Zeit auch was was die heutigen Geschlechterrollen und so angeht in der Hinsicht natürlich ein Vorreiter also empfiehlst du den oder weiß ich nicht vielleicht gibt es den einen oder anderen der hier mehr mit anfangen kann ich persönlich würde ihn wahrscheinlich nicht empfehlen also ich habe ihn jetzt gesehen fand es okay aber ist jetzt kein kein Drama wo ich sagen würde den muss man jetzt unbedingt gesehen haben dazu hat er zu viele dazu ist der einfach zu der ist halt wirklich nur schauspielerisch stark alles andere was die Story angeht und so ist halt ein bisschen zu dünn kann ich nicht anders ausdrücken aber das ist wieder das Ding vielleicht sehe ich nur vielleicht sehe ich das nur so es kann sein dass ein anderer hier begeistert ist von dem Film insofern würde ich jetzt auch nicht von abraten also wenn ihr mal sehen wollt dass Alicia Vikander auch mehr kann als hier Tomb Raider und und so ein paar Popcorn Filme wenn ihr die nur in so einer Rolle gesehen habt dann sollte man The Danish Girl sich definitiv reinziehen witzig zumal macht es sich nackig an einigen Stellen okay kann auch nicht schaden für viele bestimmt auch ein Argument ja mir fällt gerade auf ich glaube Tomb Raider ist der einzige wirkliche Popcorn Film den ich mit der gesehen habe nee du hast doch hier Dings gesehen hier mit Armie Hammer wie hieß er denn den hast du hier rezensiert welchen meinst du na der hier in Berlin spielt und so diese Agentenfilme diese Serienadaption achso stimmt Codename Unkle Codename Unkle ja das war ein Popcorn Film stimmt ja da hast du mir zum ersten Mal aufgefallen den großen Sonnenbrillen und so das war glaube ich der erste Film wo ich sie so bewusst wahrgenommen habe Ex Machina nicht den habe ich ja nie gesehen achso den habe ich ja noch nicht gesehen insofern Codename Unkle war das erste Mal dass ich sie glaube ich offiziell dass ich mir sie gemerkt habe ja die ist toll naja super super Mädchen kommt ja auch demnächst hier von dir oder Immerweb Immerweb das Immerweb Projekt ja ja The Danish Girl 2015 geht knapp zwei Stunden und ich würde dann zu den Punkten überleiten oder hast du noch Fragen ich bin mir total unsicher aber du das gehört zum Spiel das ist nur gerade für mich unüblich sonst bin ich ja wirklich immer so du sagst ich kann das auf einen halben Punkt eingrenzen jetzt gerade ja das ist auf keinen Fall ein Scheißfilm oder so ja ja nur damit wir da klar sind also ich würde jetzt nicht sagen dass ich hier ich war hier weder gelangweilt noch sonst was aber es ist dann so nach den zwei Stunden denkst du dir so nicht das beste Drama was ich gesehen habe mhm also die Performances sind halt für mich besser als der eigentliche Film drücken wir es mal so aus ja IMDb 7,1 Metascore 66 Rotten Tomatoes 6,6 passenderweise Publikum 3,7 Letterboxd 3,4 ach echt dann kommt auf Letterboxd ja auch nicht so gut weg also für Letterboxd Verhältnisse boah ja das ist noch kein Porträt einer jungen Frau ne von den Zahlen hatte natürlich an gewissen Stellen Parallelen als du meintest es geht darum sie zu malen und dann taucht die nicht auf und so ach so was ich gar nicht erwähnt habe das ist ja das was ich meinte ähm die Rolle von Alicia Vikander äh Gerda fängt dann an natürlich Lily zu malen ja das ist ja dann the Danish Girl genau und sie wird dann das Model von ihren Porträts mhm und plötzlich sind die Galeristen dann interessiert weil die sagen okay das ist ein interessantes Model das haben wir so noch nicht gesehen und so und das ist super interessant davon wollen wir mehr und plötzlich kriegt sie dann die Engagements und die Aufträge die sie vorher nicht nicht gekriegt hat mit den anderen Models das heißt sie wird dann auch populär und bekannt indem sie ihren Ehemann inkognito malt als Frau ja durch diese durch dieses geheimnisvolle Model Lily mhm mhm richtig das ist der Danish Girl das meinte ich damit dass sie am Anfang sehr erfolglos ist aber dann später durch quasi ihren Ehemann dann auch finanziell erfolgreicher sein wird also ich schwank hier tatsächlich den ganzen Punkt ich sag 6,5 da liegst du richtig yes da hast du eine Punktlandung mit 6,5 zwischen 6 und 7 oder zwischen 6,5 und 7,5 oder was hast du ne 6 und 7 zwischen 6 und 7 hast du geschwankt ja das ist legit all right 6,5 ist richtig well done okay dann kommen wir auch zu meinem nächsten Film der auch eine Erstsichtung ist oder gewesen ist mhm du kennst den garantiert oder würde mich schwer wundern wenn nicht wahrscheinlich musst du jetzt eigentlich während der ganzen Rezension hier leise im Hintergrund take me home country road singen mhm weil dieser Film ist West Virginia in a nutshell solange ich nicht schon tham singen muss ist alles fein das ist mit dem Text ja auch eher so ein bisschen wenig ja aber das Hauchen würde wahrscheinlich dann meine stimmlichen Defizite ein bisschen besser ausgleichen ein bisschen besser verstecken ach country roads traue ich dir auch zu na gut da kann man schön grölen das stimmt ja genau to the place und dann grölen und passenderweise gesungen von john denver ja was ist das für ein nachname alter für diesen song naja denver ist ja leider nicht in West Virginia das ist es ja das passt ja gar nicht ja frechheit weißt du jetzt schon um welchen Films geht country roads ne ok aus dem jahr 2017 von steven solarberg logan lucky oh ok oh ok ja hab ich nicht mehr auch schon da spielt der film der song spielt da eine große rolle der song kommt zwei dreimal kurz vor einmal recht prominent aber west virginia und was da so stattfindet spielt schon eine sehr große rolle ja du hast den gesehen ja im kino im kino ich hab den eben damals verpasst und mag aber eigentlich sodaberg filme echt gerne deswegen war es echt mal zeit den aufzuholen ja geschrieben hat das ganze jules esner hier gecredited als rebecca blunt das ist ihr einziger writing credit interessant daran ist das ist die frau von steven solarberg ok ja die hat das hier geschrieben kamera peter andrews ist in wirklichkeit auch steven solarberg schnitt hab ich mir auch mal aufgeschrieben mary ann bernard ist auch steven solarberg der herr ist hier also mit vielen akas unterwegs merk schon ja und hat das ding also wirklich nicht nur inszeniert sondern eben auch in sämtlichen anderen departments eine menge beigesteuert das da erzähle ich später noch ein bisschen mehr zu weil das ist gerade auch was im hinblick auf finanzierung und einspiegel und so angeht recht interessant erstmal zur handlung wir befinden uns wenig überraschend in west virginia und es geht um jimmy logan das ist die figur von janin tatum und der wird in seinem job gefeuert das ist jetzt also die ganze familie logan die hier erzählt wird und eben so auch wie west virginia dargestellt wird das ist eben alles sehr ländlich die haben alle die berühmten blue collar jobs und sehr einfaches volk auf jeden fall wenn man dem film glauben schenken darf eben ist alles so der eine arbeitet in der kneipe der andere auf der baustelle und so ist eben jimmy logan gerade seinen job los geworden und überredet dann seinen bruder klyde das ist die figur von adam driver und seine schwester meli das ist die figur von riley kio die wir irgendwie immer wieder haben hier mal wieder als die white trash variante die überredet er ihm bei einem überfall auf ein nesca rennen zu helfen also auf die einnahmen von einem nesca rennen nämlich den charlotte motor speedway den wollen sie überfallen weil dort ein riesen nesca rennen stattfindet und da haben sie einen ganz gewieften plan wie sie das ding ausrauben können tatsächlich unterirdisch mit da die rohre abgreifen wo das geld durchgejagt wird und das ist ein ziemlich ausgeklügelter plan dabei brauchen sie aber die hilfe von joe bang das ist die figur von daniel craig der ist der ist für dich ein highlight fand ich schon also das muss ja wirklich zu 100% auf die optik gehen auch ja definitiv weil der ist für mich hier ein fremdkörper wahrscheinlich würdest du es wieder als drüber bezeichnen ne auch einfach weil ich ihm halt den dialekt nicht glaube okay so das für mich ist der schauspielerisch fällt er hier so ein bisschen raus aber nicht groß alles fein der ist jedenfalls so ein typ der im knast sitzt der war tresorknacker und deswegen brauchen sie den eigentlich brauchen sie ihn weil er erfahrung hat als tresorknacker aber natürlich nicht um hier ein tresor zu knacken sondern der soll etwas in die luft sprengen also so eine kleine sprengung vornehmen und weil er da eben experte ist brauchen sie den jetzt ist es aber so dass der eben im knast sitzt jetzt müssen sie also in den plan integrieren dass sie den am gleichen tag aus dem knast raus und aber auch wieder unbemerkt in den knast reinbringen damit er in der zwischenzeit dann eben ihm helfen kann das ding auszurauben und das ist also ein riesen heiß kombiniert mit einem gefängnisausbruch wo eben diese ganzen kleinen rädchen ineinander greifen müssen und das schöne ist dass einer von diesen filmen wo man das was man über die strecke des films sieht dann am ende nochmal in ein anderes licht gerückt bekommt weil man eben nicht alles gesehen hat von dem plan in seinen details und ich mag solche filme also wenn das wenn das gut gemacht ist das ist so eine sache wir hatten das neulich ja bei lucky numbers 11 wo du meintest das ist aus heutiger sicht nicht mehr so geht es für dich nicht mehr so wahnsinnig auf ich mochte es da auch schon wieder so das sind halt für mich so filme ich finde es cool wenn du irgendwie dann das zum einen für dich selber so ein bisschen zusammensetzen kannst im kopf und dann aber halt eben die details entsprechend gebildert bekommst so ich finde das wenn es gut geschrieben ist kann das eben sehr spaßig sein und das war es in diesem fall ich mochte den sehr das ist echt geiler film ich hatte hier echt eine menge spaß also weil das sind herrlich abgedrehte charaktere und ja daniel craig gehört da auf jeden fall mit dazu weil der sich hier für seine rolle als joe bang halt die haare abrasiert oder sehr kurz geschoren und blondiert hat und dann natürlich auch mit twos übersät wurde und halt so diesen jetzt nicht unfassbar cleveren eher so ein bisschen unterbelichteten aber halt ja ist ein bisschen ein modell alpha männchen und haut halt auch gern schlägt da gerne mal zu sehr laut auch auf jeden fall ja ja das war so für mich war das damals so ein bisschen so eine prolle variante von oceans 11 so habe ich es damals gesehen so im kino fand ich schon ganz witzig diesen ansatz ist insofern natürlich witzig weil gleicher regisseur der das ganze franchise gemacht hat siehst du richtig das ist auch ganz nett hier wird einmal als dann im fernsehen darüber berichtet wird was da gerade auf der rennstrecke passiert wird auch einmal von einem oceans 7-11 gesprochen als sie über den Heist sprechen weil das quasi so ein bisschen die billig variante von einem oceans 11 mit 7-11 eben diese ladenkette in den usa krass das wusste ich alles gar nicht mehr und insofern ist das ganz nett weil er sich quasi selbst zitiert naja dann gibt es hier aber wirklich auch noch ein paar nebenrollen die die ein highlight sind katie holmes ist nicht das highlight die spielt hier mit ich hätte sie optisch fast nicht wiedererkannt das ist echt krass also wenn man die das letzte mal irgendwie bei nolan gesehen hat die dame sieht jetzt echt anders aus aber gut die spielt hier eine kleine rolle und dann für mich wahrscheinlich seine beste rolle vor der kamera die ich jemals gesehen habe seth mcfarlane weil der spielt hier einen der rennfahrer der auch so maßlos drüber ist dabei aber sehr witzig jack quaid spielt hier mit den wir ja nun wirklich aus the boys kennen brian gleason sebastian stan und dann aber wirklich nach fast drei viertel des films taucht noch hillary swank auf also der film hat ein krasses line up und die figuren funktionieren echt gut und der macht wirklich spaß der hat mich überrascht positiv also jetzt aber einen von den hauptdarstellern hast du nicht erwähnt oder naja jenning tatum adam driver riley keog daniel craig wer fehlt denn da achso mir war so als hat adam driver nicht genannt doch den habe ich ganz zu beginn genannt als es um seinen bruder klyde ging ja der also die beiden die es ist auch so also die beiden sind brüder die dynamik zwischen den beiden ist natürlich auch so ein bisschen schwierig weil kleid stand immer so ein bisschen im schatten seines großen bruders weil der war eine football football held an der high school und so und der hat ihm irgendwie immer nachgeeifert und ist dabei ein bisschen übers ziel hinaus geschossen weil er eben sich so vernachlässigt gefühlt hat auch wenn es um die anerkennung vom vater geht und so kam er dann auf die idee soldat zu werden um seine männlichkeit im krieg zu beweisen und so irgendwie was für sein Land zu tun ist dann im irak gelandet hat da seinen unterarm verloren und ist deswegen jetzt halt so ein bisschen eingeschränkt und da gibt es den einen oder anderen running gag was so mit seiner armprothese alles passiert und gleichzeitig ist sein bruder aber auch eingeschränkt er hat ein problem mit dem bein wodurch der immer so ein bisschen humpelt ja und das finde ich aber ganz cool wie hier auch die Familiendynamik eine gewisse Rolle spielt also auch wenn es so um Vertrauen geht und was da so im weiteren Verlauf passiert mit diesem Plan und dem heißt mochte ich und ist wirklich sehr dynamisch erzählt geht knappe zwei Stunden und die merkst du nicht ist von allem finde ich ein bisschen was dabei und das ist echt gut dosiert so der kommt richtig gut vorwärts ist an manchen Stellen wirklich lustig Action Comedy Crime Drama ja die Drama Komponent die könnte man da könnte man vielleicht sagen sie ist zu kurz gekommen aber ich finde dann hätte der nicht diese Tonalität weil ich finde der macht halt Spaß man kommt sehr man kommt wird da so ein bisschen durchgeschossen hätte ich aber bin ein bisschen überrascht muss ich sagen weil ich dachte der ich kann ich es ist wirklich es ist krass weil das spricht auch nicht gerade für den Film ich kann mich an viele Sachen nicht erinnern und so und wenn ich jetzt den Film nochmal nacherzählen würde diesen Oscar Render und so habe ich natürlich im Kopf und dass dann Hilary Swank als FBI-Agentin auftaucht und so das habe ich auch alles noch auf dem Schirm aber es sind viele Momente die wüsste ich jetzt nicht mehr insofern dass das jetzt auch kein Film mehr groß haften bleibt und ich weiß dass es so ein paar Nebenstränge gibt die ein bisschen konstruiert waren wo ich gefragt das ist ein bisschen sehr Drehbuch Drehbuchkniff so in manchen Momenten sind die halt plötzlich schlauer weil die schlauer sein müssen weißt du dann sind die wieder total die Dorfdeppen so in anderen Momenten so das fiel mir dann schon auf also er hat seine Macken der ist jetzt nicht komplett rund das weiß ich so das ist echt das fand ich gar nicht also gerade auch im Hinblick auf die einzelnen Charaktere ich finde klar hier gibt es ein paar eben von der dümmeren Sorte aber trotzdem finde ich mag der Film seine Charaktere ja das schon und ich finde das ist auch nicht inkonsequent dass dann irgendwie einer plötzlich cleverer ist als man ihn davor erwartet hätte oder so okay na so habe ich es bei mir in Erinnerung dass das noch ein bisschen haftgeblieben ist dass ich der Meinung ist dass ich gerade hier ein bisschen schwanken vom Intelligenz gerade diese dieses Brüderpaar was von Jack Quaid und Brian Gleeson übrigens der Bruder ne von Donald Gleeson was von den beiden gespielt wird die sind natürlich harte Matschspielen so die Figuren machen aber trotzdem Spaß finde ich ja sagt er nichts zu ne ich kann mich nicht anhören beide nicht ehrlich gesagt also hättest du mir jetzt gesagt Jack Quaid hat er mitgemacht mit dem Bruder von von Donald Gleeson keine Ahnung also habe ich null wie gesagt also das sagt schon einiges aus dass man hat nach 5 Jahren hat man diesen Film überhaupt nicht mehr präsent also der geht halt nicht besonders tief aber ich kann ich weiß auch dass ich da einigermaßen unterhalten war das war schon für mich cool das ist für mich so ein 7-Punkte-Film also klar ist das jetzt nichts was groß tiefgründig ist oder wahnsinnig bei dir hängen bleibt das kann ich mir gut vorstellen aber mir hat er sehr viel Spaß gemacht das freut mich doch und darum geht es ja dann irgendwie unterm Strich was ich super interessant finde bei diesem Film ist eben wie der finanziert und vertrieben wurde weil Soderbergh das war ja eh so ein Ding der hat ja auch so Jay-Z mäßig hat er mehrfach seinen Rückzug angekündigt ich glaube sogar was war denn das doch ja Liebe Ratsche war ja so sein letzter Film eigentlich das war 2013 da wollte er eigentlich nichts mehr machen dann kam The Nick die hat ja Second Jan hier mal besprochen und ist nicht auch The Girlfriend Experience ist nicht auch sein Feder genau das kam aber meine ich dann auch oder kam dazwischen sogar The Girlfriend Experience den habe ich noch gesehen und dann kam die Serie das habe ich mir geschenkt weil ich den Film schon echt schwierig fand dann hieß es aber wieder er macht nichts und dann The Nick und dann irgendwie also wie auch immer bei Logan Lucky ich bin mir nicht mal sicher ob ich mitbekommen ob das der von ihm ist ja jedenfalls kann man schwer davon ausgehen dass sein Wunsch keine Filme mehr zu machen auch damit zu tun hatte dass der halt mit den in der Zusammenarbeit mit den Studios frustriert war wir haben es oft davon das ist oft mit irgendwelchen Vorgaben und Einschränkungen verbunden und so und er wollte jetzt halt einen Film machen wo die komplette kreative Kontrolle war deswegen hat er hier halt auch Kamera und Schnitt und alles selbst gemacht so und jetzt hat er diesen Film halt komplett ohne Studios gemacht der konnte die Studios umgehen natürlich eben für die kreative Kontrolle und konnte so aber auch anders mit dem Film Geld verdienen weil der hat jetzt der ist hingegangen und hat das Budget so zusammenbekommen indem der im Vorfeld das wird ja bei Serien ganz gerne mal gemacht die Vertriebsrechte im Ausland verkauft hat das ist halt hingegangen hat gesagt in dem Land wird darf der Streamer den bekommen und in dem Land der und so wir haben das Geld vorgeschlossen genau und so hat er das Geld zusammenbekommen und dann im Inland ging es dann auch drum nach dem Kinostart wer bekommt da die Rechte ist das dann eben HBO, Netflix oder sonst was selbst bei Fluggesellschaften ist der hingegangen hat gesagt die und die Fluggesellschaft kriegt den Film nachdem er im Kino lief interessantes Modell hat so seine Kohle zusammenbekommen und dann eben komplett kreative Kontrolle behalten abgefahren war das schon geil weil ich kann mir vorstellen dass die hier natürlich reingeredet hätten und allein dass der so einen Scheiß macht wie dann das dann auf dem Filmplakat steht and introducing Daniel Craig 2017 Alter wie witzig ist das denn solche Spielereien das hätten die Studios natürlich ganz anders gemacht das hätten die natürlich Wolle genommen dass dann Daniel Craig mit drin ist und dann nicht und introducing herangeschrieben ja jedenfalls ich fand es halt schön auch nach dem ich meine Liberace waren wir ja beide Fan von aber er fand halt auf der Kinoleinwand so gut wie überhaupt nicht mehr statt eine ganze Zeit lang und viele von seinen Stoffen waren ja auch wirklich durchwachsen so Soderberg war ja eine Zeit lang wo Ocean's Eleven rauskam und Traffic ist ja auch von ihm und so der war eine Zeit lang wirklich interessant und ein Garant und jetzt wenn du halt einen neuen Film rausgebracht hast gesagt naja gut okay das war ja das Ding gerade mit Traffic wurde ja durch Oscar rennen und so wurde ja extrem hoch gehandelt und dann hat man echt gedacht okay das wird jetzt so der nächste Scorsese oder sonst was und dann war ja mit dieser ganzen Oceans Reihe war das ja bei unter Filmfreunden dann eher schon wieder so okay jetzt der Sellout Move Popcorn ja ja aber immer noch unterhaltsam und dann kam ja so dieser Film mit Sasha Gray und so weißt du ja eben aber da ging es ja so ich dachte das war dünn ja ja eben ja und irgendwann hast du dann keinen Bock mehr auf ihn gehabt und mit Logan Lucky hat er wieder einen Film rausgebracht der wieder Spaß macht so weißt du der wieder so ins Kino gehört weißt du bei dem man wieder Fun haben kann und Popcorn mampfen und ich kann mir aber wirklich vorstellen dass das viel damit zu tun hatte dass der hier eben machen wollte worauf er Bock hat weil ich hab das Gefühl diesen Spaß den er dabei auch hatte das spürst du an einem Film und ich mein jetzt überleg mal die Studios die kriegen ja sonst so einen riesen Prozent so einen riesen Prozentsatz an den Einnahmen dass du eben bei dem Modell was wir immer haben das halt heißt wenn ein Film 100 Millionen gekostet hat mit Marketingbudget und so weiter da fängt der erst ab 200 Millionen Kinoeinnahmen an überhaupt Geld zu verdienen ja das ist natürlich nicht so wenn du Studios umgehst dein eigenes Marketing machst die Rechte schon komplett du musst nicht mal so viel einnehmen wie der Film gekostet hat weil das unter Umständen getragen wird von außen jetzt gibt dir das bei dem Modell was der hier fährt der Film hat 29 Millionen gekostet und Soderberg hat gesagt dass die schon mit 15 Millionen wäre der Film schon ein Erfolg gewesen krass jetzt musst du dir das mal vorstellen das Finanzierungsmodell wenn das in die Richtung funktioniert dass du dann nur die Hälfte einnehmen musst damit der Film schon als Gewinn funktioniert ist ja mega wie viel geil hat wo man sich halt fragt warum machen das nicht alle so aber ja das ist das gleiche wie mit Independent Musik machen und Platten selber vertreiben oder so das ist halt auch eine Arschvoll Arbeit ja eben so mit einem Studio hast du natürlich eine ganz andere Maschinerie im Nacken aber also wie viel wie viel mehr Geld du einnehmen musst mit so einem Film bis du halt mit einem Studio Geld machst im direkten Vergleich dazu weil jetzt gibt es 29 Millionen hat er gekostet der hat über 48 Millionen eingespielt und war damit also dreimal als das dreimal erfolgreicher als das was er hätte machen müssen um überhaupt als Erfolg zu gelten also das hat hinten und vorne funktioniert das Modell das ist schon geil ja ist wirklich mega aber ich meine ähnliches Geschäftsmodell das müsste ja dann auch einigermaßen Plus abwerfen ist wenn die Schauspieler die ihre eigenen Produktionsstudios gegründet haben oder Clooney und Brad Pitt und so wenn die ihre eigenen Filme vertreiben und produzieren dann müsste ja auch dann eine Menge von der Marge dann in die eigene Tasche gehen oder? Produzieren findet ja auch oft statt aber vertreiben machen sie ja nie selbst machen sie nicht selber den Vertrieb? ne warum da hängt doch also auch bei einem George Clooney hängt doch trotzdem immer ein großes Studio mit dran das war doch gerade war das nicht sogar das Ding mit Sony jetzt bei wo ich erzählt habe von Monuments Man was ja durch die Leaks dann auch bekannt geworden ist dass der ja eigentlich wollte dass der Zeitraum nach hinten verschoben wird dass sie dann erst im Februar veröffentlichen weil er selber nicht happy ist mit dem Ding und so da hast du dann natürlich trotzdem im Studio was mit dran hängt naja stimmt schon also dass dann einer selber eigenhändig den Vertrieb übernimmt also du kommst natürlich nie auf diese Stückzahlen das ist halt eben sag ich ja wie bei der Musik das ist die gleiche Rechnung so du sagst halt über ein Studio habe ich aber garantiert dass das Ding in so und so viel tausend Kinos weltweit läuft und wenn ich das selber mache dann muss ich halt bei jedem Einzelnen gucken wie ich rankomme aber wenn du natürlich so einen Selbstläufer und einen Film hast der sich dann verbreitet und ja eben jetzt wenn man sagt jetzt hast du schon so einen Namen wie Soderberg dann kann es eigentlich nicht schwer sein da selber das machen zu können aber das ist natürlich die ganze Infrastruktur und so das brauchst du halt auch erstmal aber klar also so denkt man sich warum machen sich alle so das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Hustle aber ich finde es schon krass also was da wie groß da die Unterschiede sind zwischen dem was du machen musst wenn du das Ding halt wirklich komplett selbst machst weil er sagt halt das ist alles schon vorfinanziert wenn du halt alles im Voraus bezahlt hast dann ist die Messlatte für den Erfolg halt auch viel niedriger weil das ist ja wenn die Studios wenn die das finanzieren ist ja nicht so als wenn die den Betrag hinlegen sondern das wird halt quasi so vorfinanziert und dann muss es aber eben auch zurückkommen weil sonst geht die Rechnung nicht auf und wenn aber schon alles bezahlt ist dann muss erstmal quasi gar nichts zurückkommen weil ist ja schon bezahlt ja es ist ein abgefahrenes Modell habe ich so noch nie gelesen oder mitbekommen aber finde ich geil Tja take me home Logan Lucky ich hatte wie gesagt meinen Spaß damit jetzt komme ich mal zu den Zahlen also zu den Bewertungen 7,0 kriegt er auf IMDb Metascore ist bei 78 das finde ich ganz ordentlich auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 7,5 und vom Publikum 3,7 Letterboxd 3,5 ziemlich uninspirierende 3,5 die üblichen 3,5 von Letterboxd ja so und jetzt ist Gäste dran der Lied klang sehr entertained ich war sehr entertained nicht schlecht es ist gar nicht mal auszuschließen dass hier alle stoned waren am Set mit Potential mich zu verhauen sag ich eine 8 ich bin bei 8,5 sogar 8,5 sogar kurz mit der 9 geliebt bitte was der 9 wäre sehr skandalös und absolut überzogen ich hatte hier echt meinen Spaß 8,5 ist krass also von mir eine 7 ist cool aber dann doch nicht mehr ey dann guck den nochmal ja ja mach ich auch ich hab mir den gekauft natürlich aber es war ein spaßiger Film aber ich war jetzt nicht so wow ey und Riley Keo ne also ich mein der Film ist auch schon wieder 5 Jahre her aber die die werden wir noch öfter sehen glaube ich die hat ja bei mir seit Under the Silver Lake hat die ja bei mir sowieso einen Stein im Brett also ja mein Lieblings 824 Film wie ich ja neulich an einem Fragebogen ausfilmen müsste das oh da würde ich mich aber schwer tun mit einem Lieblingsfilm von 824 ich hab die halt alle aufgerufen und war nicht so leicht aber ja da sind halt schon wirklich Knaller dabei aber das ist schon einer meiner Favorites dieser Film wo sie diese Stripperin slash Nutte spielt der war ja auch von 824 ja die hat schon ein paar richtig gute Sachen gemacht auf jeden ja ja also das finde ich auch cool weil ich meine zumal klar in der Branche weiß jeder mit wem die verwandt ist aber ich finde es macht nicht den Anschein als würde sie damit so hausieren gehen ne und die legt sich halt auch genrotechnisch nicht fest also die balanciert auch gut zwischen zwischen so leichten Filmen und dann aber auch hier so Lars von Trier und Co weiß also die kriegt ja offensichtlich die Angebote die Chancen musst du halt auch erstmal alle haben aber ja sie backt das ja ab um das mal neudeutsch zu formulieren die ist sie backt das ab ja die bringt ja auch die Leistung ich hab die glaube ich wirklich noch nie wirklich schlecht gesehen das stimmt ja hast du recht so so achja wir haben ja noch einen gemeinsamen wir haben noch einen gemeinsamen Film eine Hausaufgabe werden wir natürlich auch abhaken in dieser heutigen Episode dann schließen wir äh was sind wir 204 203 ach bei der 203 sind wir genau dann schließen wir die 203. Episode ab und grüßen unseren Kumpel Olli der hat sich nämlich den nächsten Film gewünscht und das einfach mal der Top Rated Movie Nummer 43 bei IMDb Whiplash aus dem Jahr 2014 den haben wir uns beide nochmal gerewatcht und werden jetzt mal darüber palabern Drehbuch und Regie Damien Chazelle super jung noch der Typ 85er Baujahr ja super jung weiß ich nicht aber ja findest du nicht das mit dem Geburtstjahr 1985 find ich schon krass was der hier was der hier teilweise auf die Reihe gekriegt hat mit La La Land und so im Oscar Rennen und Whiplash ja aber so viel war es ja noch nicht was er gemacht hat ne klar war viel Lane dürfte man vielleicht noch kennen ja aber First Man ist auch von ihm ne First Man ist von ihm genau aber dann war es das glaube ich auch schon also da musst du erst einen Kurzfilm zu Whiplash machen um da die Finanzierung zu stemmen das ist krass ja da sind wir mal wieder das ist halt kein Soda Berg sondern da war der halt noch niemand quasi ja und dann wie viele Projekte das hab ich mir gar nicht ungewöhnlich gar nicht notiert wie viele Credits er hat aber das sind ja nur so sieben oder acht Filme die er hat ne hast du den Kurzfilm auch angeguckt ne wollte ich noch machen ich hab mir den angeguckt und das ist ja aufgrund des Films der dann in Sundance letztendlich den Preis gewonnen hat für den besten Kurzfilm hat er dann die Finanzierung zu Whiplash bekommen und in dem Kurzfilm hat er schon J.K. Simmons besetzt und da war sowieso eine ähnliche Besetzung also hier der Urschlagzeuger von der Band der war hier zum Beispiel auch der Schlagzeuger der ursprüngliche nur die Rolle von Miles Teller wurde ausgetauscht den hat Johnny Simmons gespielt und das Gesicht kennt man definitiv auch weil der hat bei Scott Pilgrim mitgespielt und bei hier vielleicht lieber morgen Perks of Being Warflow und so war er dabei also definitiv auch ein Face was man kennt ja aber halt nicht so ein Name wie Miles Teller ne nicht so ein Name und vor allem auch kein Schlagzeuger was natürlich für den Film nicht gerade förderlich ist definitiv ja und das bringt Miles Teller halt mit und das braucht die Rolle irgendwie auch sonst wäre das schon alles eher unglaubwürdig von so ein bisschen widersprüchlich was diese Trill-Effekts angeht weil da stand ja unter anderem auch dass Dane DeHaan abgelehnt hat weil es las sich ja so als wäre Giselle schon sehr früh auf Miles Teller angesprungen ja wie auch immer der ist es geworden und zum Glück der macht seine Sache super aber hallo finde ich auch wie eigentlich alle hier im Film definitiv ja Jonathan Kimball Simmons Alter 47 Preise hat er für die Rolle gewonnen das ist echt hart das ist eine Menge ja ja aber zu Recht klar ist natürlich eine sehr sehr coole Rolle die er grandios spielt Fletcher ja definitiv ja die Handlung ist schnell umrissen glaube ich es geht um einen sehr vielversprechenden jungen Schlagzeuger es wird erzählt dass er 19 Jahre alt ist der hat sich an einem sehr renommierten Musikkonservatorium eingeschrieben wurde da angenommen das ist wohl ein sehr hart umkämpfter Laden also da ist jeder sich selbst der nächste und entsprechend wird da unterrichtet er hat eben große Träume von Ruhm er will eigentlich so der beste Jazz Schlagzeuger ever werden und orientiert sich da an den größten und will sein Potenzial ausschöpfen und ja fast schon leider muss man sagen gerät er dann an einen Lehrer der das auch in ihm erkennt der diesen Willen in ihm erkennt der sein Potenzial sieht und der ihn dann mit seinen Methoden ja emotional bricht muss man leider fast schon sagen um ihn aber halt zu fördern das ist diese Gratwanderung ich finde diese Leiderheit gleichzeitig auch sehr interessant also ich weiß genau was du meinst ja weil da beginnt ja sein Leidensweg aber es ist eine interessante Diskussion diese Ambivalenz also es gibt ja Argumente für und gegen diese ultra harte Art der Pädagogik die der Film aufzeigt das finde ich auch cool dass die beiden Figuren oder die da eben Opfer und Täter wenn wir das jetzt mal so sagen sind dass die dann auch nochmal am gewissen Punkt darüber sprechen eben genau darüber so wie weit kann man gehen bei sowas was ist noch Förderung und eben wo fängst du an die Person zu brechen und auch die Ambitionen und die Leidenschaft für das zu brechen durchaus also auch der Schritt sodass du eine labile Person mit so einer Art der Erziehung oder mit so einer Art der Pädagogik halt auch in die Depression schicken kannst naja gut da bin ich aber tatsächlich bei Fletcher wenn du labil bist hast du eh nichts da verloren also dann dann finde ich dann wenn du labil bist dann brauchst du halt auch nicht die Ambitionen haben der Beste zu werden oder der Größte oder was auch immer ne ne aber musst du ja nicht ich meine es gibt ja auch Leute die üben das als Hobby aus oder suchen da einen Job und wollen halt Musiker und das ist ja auch fein aber dann sind die halt nicht an der Schule und der sagt ja schon auch wenn du hier an die Schule kommst so dann willst du gefördert werden und das ist das was ich mache durchaus aber die Art wie er sagt und die Art wie er seinen Unterricht praktiziert kann schon für den einen oder anderen so Minderwertigkeitskomplexer vorrufen und das ist schon also es kann halt zu psychischen Problemen führen das ist halt hart ne ne also klar ich will das ja auch nicht gut heißen was er da macht ich versuche nur seine Sicht auf die Dinge hier wieder zu geben weil ich finde also das finde ich halt ziemlich cool an dem Film du kannst ja beide Ansätze total nachvollziehen und weil Andrew also die Figur von Miles Teller das eben auch so sehr will und er sich dem ja bereitwillig aussetzt weil er hat ja jederzeit also der ist ja ja nicht eingesperrt hat ja jederzeit die Chance einfach zu gehen zu sagen fickt euch alle aber er will ja gefördert werden und er will das ja auch auf diese Weise bekommen ja naja gut er weiß auch dass er hier bei einem bei einem Typen ist der ihn halt zu Höchstleistungen bringen kann so weißt du und er will ja der Beste werden und deswegen ist das kauft er halt diese Konsequenzen dann mit ein definitiv naja das ist schon eine krasse Ausgangssituation weil ich der ist halt ein Drill Instructor von Feinsten hier die Rolle von Fletcher hier von ja ja voll von J.K. Simmons das ist halt Full Metal Jacket ultra ultra hart also wie er die Leute zusammenscheißt anschreit so Stühle nach denen wirft und so das ist schon hammerhart also die Preise gehen auf jeden Fall klar weil was der für ein Charakter geschaffen hat hier in den 2000er Jahren sucht seinesgleichen für dich also schon gut ja aber eben ich find's cool dass er nicht einfach nur böse ist sondern dass sie sich eben auch die Mühe machen die Figur dreidimensional zu machen dass du nachvollziehen kannst wo der herkommt warum der überhaupt diese Methoden an den Tag legt ja aber auch umgekehrt dann die Rolle von Miles Teller als als Endo Neiman die stelle ich halt auch in Frage im Laufe des Films weil moralisch macht er auch fragwürdige Sachen ich meine jetzt mal ein ganz milder Spoiler der lernt ja die Rolle von Melissa Benoist in dem Film kennen die wandeln ja dann an und er verguckt sich ein bisschen wenn sie sie verguckt sich in ihn das Supergirl das Supergirl genau ich kenne sie auch aus Glee und so super cool auch finde ich also sehr hübsch was ich sehr witzig finde ist dass in ihrer Vita irgendwie fünf oder sechs Werbungen gelistet sind alle für Tampax echt ich weiß nicht warum sie die ausgerechnet in ihre Vita mit reingepackt hat aber ja sie hat wohl sehr erfolgreich für Tampons geworben gut bei mir ist sie natürlich in Erinnerung geblieben weil das ist ja eine von den von den VIPs und Stars geworden die sich die so gehackt worden sind weil der Laptop gehackt worden ist und die ganzen Privatpornos rausgekommen sind die ganzen Privatpornos von Jennifer Lawrence und so Filmen sie sich alle beim Sex ja und Melissa Benoist war halt so ja okay das war halt so aus Glee so dieses unschuldige super unschuldige Mädchen und Supergirl und dann sind ja die übelsten Pornoaufnahmen irgendwie von ihr rausgekommen wo ich dachte alter okay hatte ich ein bisschen anderes Bild von ihr okay ja wenn man einmal Jennifer Lawrence mit Sperma im Gesicht gesehen hat dann wird man das auch nie wieder vergessen dieses Bild das ist schon auch sehr ja bin ich immer noch ganz stolz auf mich dass ich mir das alles nicht reingezogen hab ja das ist krass ich hab die tatsächlich mal gesehen und da war mir das aber Neues auch dabei das hat so ein bisschen die Unschuld von ihr genommen die ich sonst davor immer so hatte dieses Bild von ihr aber trotzdem ich spiele das hier auch toll und in einer Stelle trifft er sich halt mit ihr und sagt halt so ja ich weiß wie das enden wird mit uns ich will halt der Beste werden und wenn ich der Beste werde dann dann hat das keinen Sinn dass ich mich privat hier auf dich einlasse weil das wird irgendwann werde ich keine Zeit mehr für dich haben und so und in dem Moment wirkt er auch so ein bisschen autistisch weißt du da hat er dieses autistische weil er wirkt ja total emotionslos und sehr rational in diesen Gedanken in dem Moment wenn er ihr gegenüber sitzt und dann denke ich so okay er ist auch nicht so dieser Held oder der Protagonist wie ich ihn haben will sondern der ist auch ein ziemliches Arschloch in diesen in diesen Szenen gewesen also insofern finde ich es ganz interessant ja weil der ist wortwörtlich asozial der ist super asozial auch zu seinem Vater ist er teilweise asozial der super liebevoll ist und so Paul Reiser übrigens toll und auch da gibt es Momente wo ich denke Alter was für ein Arschlochsohn weißt du ja weil der sie also das ist halt die Mentalität auch von der Schule und der nimmt die zu 100% an da ist sich jeder selbst der nächste richtig und wie auch grinst so weißt du wenn er irgendwie dem anderen irgendwie seinen Job aussticht oder so weißt du oder weil er durch Zufall mehr da reingerutscht das sind halt so Momente wo du denkst so der ist genau so ein Arschloch weißt du der Lehrer zeigt Arschlochseiten aber Malz Teller in der Rolle von dem von dem Protégé von Andrew zeigt das genauso eine Arschlochseite in vielen Momenten mir ist ab einem gewissen Punkt aufgefallen und das mag jetzt blöd klingen weil es natürlich vom Wert sag ich mal nicht zu vergleichen ist aber im Grunde ist das hier Showgirls für Jungs jetzt habe ich Showgirls nicht gesehen ach so ich weiß nicht worauf du hinaus willst ach Gott ja nein weil es einfach um dieses du hast eine Ambition und du verfolgst die und gehst dabei über Leichen weil du diesen Traum hast das ist ja das was Andrew hier auch macht und mir ist jetzt halt bei der erneuten Sichtung sind mir schon auch ein paar Sachen aufgefallen die das Drehbuch macht das ist das was du eben Logan Lucky so ein bisschen vorgeworfen hast dass dann eben manche Dinge schon sehr convenient gerade in den Ablauf passen weil es die Geschichte halt braucht und da finde ich da gibt es so ein paar Sachen die sind nicht optimal geschrieben finde ich also wenn dir das in einem Film auffällt ist das schon mal suboptimal da sind wir uns einig ja okay aber was wäre dann eher was für ein Spoiler Kapitel was genau ne das sind dann zum Beispiel so Sachen wie ich hätte es halt ich hätte es halt was anderes was anderes gewählt als dass es jetzt zum Beispiel mehrfach zu spät kommt ne und das aber fast schon mit Ansage weil auch da wieder das ist wieder dieses Pavlosche Ding da wird explizit drauf hingewiesen er kriegt nochmal gesagt komm nicht zu spät und also ich weiß nicht ob es mir bei der Erstsichtung auch schon so ging aber du weißt schon bevor es passiert dass er zu spät kommen wird weil da wurde explizit drauf hingewiesen komm nicht zu spät genauso wie das Ding mit lass die Mappe nirgends liegen das sind so Sachen in dem Moment wo du drauf hingewiesen weiß ich das wird passieren und damit ist es halt nicht optimal geschrieben was ich meine ja fiel mir nicht auf fiel dir nicht auf wow okay weil das ist nämlich das Ding ich finde wenn du eine große Leidenschaft für etwas hast und sehr ambitioniert bist Digga du kommst nicht zu spät ich ich verstehe das dass der irgendwie platt ist und dann auch mal verschläft und so aber das ist genau das Ding Alter wenn ich ein wichtiges Casting hab ich stell mir drei Wecker ich bin zwei Stunden zu früh da ich check das so ab dass ich nicht zu spät komm das passiert nicht also weißt du und dann nicht mehrfach erst recht nicht mehrfach Alter weil das ist dann auch so ein Ding als es dann halt wieder passiert und diesen Hustle den brauchen wir natürlich auch für die Geschichte aber wenn er wirklich an nichts anderes glaubt und an nichts anderes denkt als an diese eine Sache der Beste zu werden und diese Schule so erfolgreich wie möglich abzuschließen ich meine der schläft da ja fast schon der macht ja nichts anderes mehr warum kommt der zu spät Alter es gibt überhaupt also dramaturgisch gibt es keinen guten Grund warum der zu spät kommt und dann halt noch mehrfach das sind so Sachen ich kann da easy drüber wegsehen aber es ist nicht clever geschrieben weißt du es ist ein bisschen wir haben das jetzt gebraucht dass er nochmal zu spät kommt leuchtet ein jetzt wo du es erzählst aber fiel mir fiel mir bei der Sichtung null auf überhaupt nicht na ist doch gut weil für mich war es halt so ein Slacker und verpendert ab und so aber das passt ja schon überhaupt nicht zu seiner Mentalität dass der ein Slacker ist naja das passt halt so ein bisschen insofern weil der ist ja wahnsinnig getrieben der ist ja unglaublich fokussiert auch in dem Ding Alter der übt weit über den Punkt hinaus wo ihm die Finger bluten ja klar weißt du der ist besessen davon er will halt auch der Beste werden aber es ändert sich daran dass er keine Termine einhalten kann oder soll man verpennt nein Alter finde ich nee das passt für mich nicht aber wie gesagt da ist drauf geschissen weil die Geschichte braucht das ja und das funktioniert ja auch ich sag halt nur wenn man das jetzt ich hab den jetzt das zweite Mal gesehen und da sind mir eben so ein paar Sachen aufgefallen wo ich dachte okay gut also er war ja auch fürs Drehbuch nominiert bei den Oscars hat den nicht bekommen den hat glaube ich tatsächlich Imitation Game gewonnen wo ich jetzt rückblickend auch nicht mehr weiß ob das wirklich das bessere Drehbuch war aber eben also ich finde hier am Drehbuch gibt es so die ein oder andere Macke aber das ist trotzdem fein weil es geht hier das ist auch so ein bisschen Schauspielkino es geht einfach um diese beiden Charaktere die aufeinandertreffen und sich da halt auf einem sehr hohen Niveau battlen und das Alter ich finde es gab selten um wieder zu den Oscars zurückzukommen es gab selten einen Oscar der so gerechtfertigt war wie hier der Oscar für Schnitt und Soundmixing weil also jeder der mal versucht hat ein Video zu schneiden weiß was das für ein Geficker ist wenn irgendwas nicht synchron ist zu gucken dass das synchron wird ey also wie hier Hallo Bess wie hier umgegangen wurde mit dem mit der Musik und dem Schnitt und das in der Kombination ist sensationell Alter das ist auch so eine krasse Dynamik ich meine du hast jetzt Showgirls genau als Beispiel für mich ist das für mich ist der Film so Rocky mit Musikinstrumenten das ist halt ein offener Schlagabtausch mit Trainingssequenzen mit Montagen mit ein bisschen privaten Sachen privaten Familienbandeleien und Liebeleien aber siehst du das ja auch wieder so ein Ding wo einer eine Ambition hat das zu schaffen und bereit ist alles dafür zu tun ja durchaus und das hat natürlich haben super viele Filme genau diese Baseline wenn du so willst aber hier ist das halt in Kombination mit Musik und grandiosem Schauspiel ist es halt ein wahnsinnig geiler Film ja finde ich auch hat die Rolle von J.K. Simmons ist halt wirklich also wenn man sich so einen Charakter merkt nachdem man einen Film einmal gesehen hat dann dann auf jeden Fall ihn also es ist schon der hat hier schon wirklich eine Filmgeschichte geschrieben muss man mal sagen und ich finde gerade gemessen daran dass eben der Weg also die die Kurven die der Film so nimmt sind finde ich einigermaßen generisch also auch mit diesem Aufstieg und dann kommt natürlich nochmal ein Fall und dann gibt es aber nochmal so ein bisschen eine Auflösung und so ist es schon relativ ist schon eine relativ klassische Struktur finde ich das Ende sensationell weil es ein bisschen was offen lässt ja und das liebe ich und das ist halt krass was mir halt nicht aufgefallen ist dass Malz Teller wirklich in jeder Szene involviert ist der spielt halt in jeder Szene von diesem Film spielt er eine Rolle er ist nicht immer im Bild aber er ist zumindest gegenüber oder ist im Raum oder weißt du oder ist gerade da also über die komplette Laufzeit von 106 Minuten ist er in jeder Szene dabei das ist schon krass ja also bin ich bei dir das ist natürlich also ich glaube es gibt tatsächlich eine Szene in der er nicht ist die wurde rausgeschnitten die Szene wo ich darauf geachtet habe dass er nicht dabei ist die ist nicht im Film gelandet oder welche meinst du welche meinst du jetzt wie hast du die dann gesehen wenn sie rausgeschnitten also war Deleted Scene auf der ja Deleted Scene ist halt genau das ist halt eine Szene wo halt in J.K. Simmons Wohnung halt geblendet wird wo wir halt sehen wie er halt abends in seiner Wohnung hantiert ach so ja okay das wäre aber eh komisch weil wir verfolgen ja wirklich nur seine POV genau aber welche Szene meinst du fuck was war denn das ey ja komme ich jetzt natürlich nicht drauf also klar sehen wir mal ein Close-Up von J.K. Simmons und so aber er redet in dem Moment weil er im Raum ist also er ist auf jeden Fall in all diesen Momenten die gezeigt werden ist er definitiv dabei und ja es gibt noch eine Sache die ich sehr gut finde wo ich halt finde dass der diese Hollywood-Tropes halt gut umschifft das sieht man an einem besonderen Moment aber das wäre ein Spoiler glaube ich insofern würde ich das eher in so ein kleines Spoiler-Kapitel packen was wir hier noch anfügen können wo wir nochmal so ein bisschen aufs Ende eingehen können was du gerade erwähnt hast weil ich finde das auch grandios aber für diejenigen die jetzt Whiplash wieder warten jetzt nicht gesehen haben sollten für die werden wir jetzt noch so weit erzählen wie was ohne wie wir ohne Spoiler auskommen würde ich sagen ja ja gerade mal gucken ey siehste ja war auch von Sony vertrieben weil ich gerade mal weil ich erinnere mich da war doch das war nämlich genau das Ding wir haben mal drüber gesprochen über so dieses bescheuertste Feedback was Produzenten oder Studio-Executives irgendwelchen Produktionen oder Regisseuren gegeben haben und da war Whiplash nämlich dabei weil da ein Studio-Executive und das kam in diesem Sony-League in diesem Sony-E-Mail-League kam das nämlich raus da haben nämlich im Hinblick auf das Drehbuch war das Feedback eines Studio-Executives he's good at drumming we get it so nach dem Motto und jetzt also was soll da noch passieren wo du denkst so Alter mit dieser Abschlusssequenz wo klar da wird weiß ich nicht zehn Minuten oder was am Stück reden wir jetzt ohne Spoiler-Kapitel über das Ende weil das hätte ich jetzt nein ich wollte nur also für das was da inhaltlich passiert finde ich es halt krass dass du dir das wenn du das liest als Drehbuch dass du dir nicht vorstellen kannst dass das ein wahnsinnig emotionaler Moment ist und da als Feedback gibst ja okay der ist gut im Drum super und jetzt lass uns mal klingen weil ich will da direkt anschließen okay dann machen wir jetzt ein Spoiler-Kapitel Zahlen ja müsst ihr selber nachgucken wenn ihr nicht weiterhören wollt ansonsten bringen wir die danach oder sollen wir die jetzt kurz raushauen na hau die Zahlen raus gut 8,5 auf IMDb deswegen Top 250 mit der Score 88 Rotten Tomatoes von der Kritik 8,6 vom Publikum 4,5 und auf Letterboxd hat der eine 4,4 alter Falter ich meine eins der Argumente die wir auch bei Alec Crash hatten das hier ist tatsächlich auch einer der Oscar-nominierten Filme die für den besten Film nominiert waren die hier in der Lowest-Grossing-Liste sind weil das war nicht besonders erfolgreich der hat der beste Film in diesem Jahr als Birdman geworden als Birdman geworden also finanziell hat der auf jeden Fall was eingebracht der hat ja 3,3 Millionen Budget gehabt das ist jetzt kein riesen Film mit riesen Effekten oder so und hat etwas unter 40 Millionen eingespielt in der Hinsicht schon aber was Oscar-nominierte Filme angeht wie viel? unter knapp 150 unter 40 hab ich ne ich hab 49,396 irgendwas du hast 49 ok hab ich mich verschrieben ja aber gut ja das ist natürlich eben für so beste Filmkandidaten ist das relativ wenig ist das eher dünn aber das ist natürlich ein Film für Awards weil der hat also 98 Preise 145 Nominierungen davon gab's ne Menge mhm ja definitiv ok also an alle die ihn nicht kennen das klingt nach ner Empfehlung von uns beiden in jedem Fall also gesehen haben sollte man Whiplash auf jeden Fall ja definitiv an alle anderen dann tschüss an dieser Stelle und für diejenigen die Whiplash schon gesehen haben oder die sich hier gerne mal ein bisschen spoilern lassen wollen ihr dürft weiter na dann erzähl was deine Reaktion auf das was ich eben gesagt hab na wir können ja direkt mit diesem Finale anschließen weil dieses Studio fand's halt dieser Studio executive fand's halt auch so ja he get it war auch darauf bezogen dass dieses Finale extrem lang ist und das ist es ja auch weil das ist ja so ein das ist ja wirklich so 10 Minuten so ein Schlagabtausch zwischen diesen beiden und du bist selber körperlich angespannt und denkst so Alter wie lange geht das noch so wie lange weißt du er setzt immer wieder ein aber das war das Feedback dass sie halt gesagt haben so jetzt haben wir eine Abschlusssequenz wo der die ganze Zeit im Drum so ja we get it so he's good at drumming aber was kriegen wir keine Auflösung oder was so weißt du denen hat halt gefehlt dass es dann eben entweder nochmal ein Hoch oder einen Fall gibt also das war denen halt das auf dem Ende war denen nix ich ja denk so Alter dass du dir das nicht vorstellen kannst wenn man das liest unglaublich also das war so ein Kampfshot der unterdrückt wird in diesen finalen 10 Minuten Alter wo du die ganze Zeit denkst so Alter okay das ist wirklich hart so weil du wirst als Zuschauer wirst du schon in diesen Momenten total getrieben von diesem von diesem Solo und das ist ja das wandelt sich auch so ein bisschen zwischen diesen beiden von wegen also gerade die Rolle von Fletcher von J.K. Simmons ist ja auch so dass er am Anfang natürlich den Typen von der Bühne prügeln will der lässt ihn ja voll auflaufen er lässt ihn richtig auflaufen weil er sagt ihm ja noch am Vortag so hey also ich brauche jemanden der das auswendig kann du gehörst dazu sind nur alte Sachen und was ist das erste Stück ey mit einem Grinsen zu ihm dreht er sich zum Publikum und nee ein komplett anderes Lied ja ja das war schon hart aber wie er sich dann zu ihm umdreht und sagt so I know it was you so weißt du vor ihm sagt so von wegen so ja ich weiß du hast mich angeschissen und dann lässt er ihn halt vor vollem Saal lässt er ihn auflaufen und dann diese Dynamik wie Andrew dann das Ruder übernimmt nachdem er halt sich durch diesen Song stolpert schon von der Bühne gegangen ist da einen kurzen Moment mit dem Vater hat zurück geht und einfach drauf los trommelt ja und er nichts machen kann Fletcher das ist so geil aber das ist das was ich meine weil es wechselt ja so ein bisschen das ist total ambivalent auch diese Darstellung von von J.K. Simmons weil es es wechselt zwischen diesen wütenden genau in dem Moment in dem Moment will he move small horn genau aber zwischendurch als er sieht so was der aus dem Song gerade macht ja ja er beeindruckt ihn ja das meine ich er kriegt ihn ja mit seiner Leistung richtig der ist doch zwischendurch siehst so ein ganz leichtes Grinse wo er denkt so Alter was macht der gerade mit dem Song so weißt du der Typ ist super toll und das finde ich halt so krass in diesem Moment und das meine ich das kippt dann das kippt so schön ja ja total genau auf einer professionellen Nebene haben die eine Menge Respekt füreinander aber eben auf der menschlichen halt mal so gar nicht und deswegen finde ich es geil dass du dieses offene Ende hast ja ja total und was ich finde was das Ende angeht dadurch dass er diese Hollywood-Tropes umschifft ist dass er halt wieder nachdem er sieht okay der hat einen Fehler gemacht privat gesehen und kontaktiert ja wieder Melissa Benoist Benoist seine große Liebe in dieser Rolle und will sie dann zu der Show und sie sagt halt so ja mal gucken ob mein Freund kann und so und in jedem anderen Hollywood-Film wäre sie trotzdem zu dieser Show gekommen und wäre dann aufgetaucht vielleicht mit Freund oder ohne aber natürlich wäre sie noch schockverliebt und trotzdem ja ja genau und hier kommt sie halt nicht so die ist halt nicht weißt du ist halt vorbei ist ein anderes Kapitel so hat er halt verkackt das ist trotzdem aber auch wieder so was also klar eben für seine Entwicklung siehst du brauchen wir das aber auch wenn ich die Handlung des Films schon kannte finde ich so wie es geschrieben ist es ist in dem Moment wo er sich entscheidet sie auszuführen schon klar dass er das Ding vor die Wand fahren wird und deswegen finde ich es halt auch wieder so ein bisschen Mittel zum Zweck weißt du was ich meine naja okay das klingt so ein bisschen als wenn du das so ein bisschen das Drehbuch ist nichts Stärkstes das Drehbuch ist einfach nicht das Stärkste mir fiel das alles nicht auf so also ja du ich habe ihn jetzt als zweite Mal gesehen und das sind die Sachen die mir aufgefallen sind der hat mich ja trotzdem das meine ich das ist ja trotzdem ein grandioser Film Alter das deswegen also ich sage ja auch das sind nicht Sachen die müssen nicht ins Gewicht fallen sie sind mir nur aufgefallen dass eben das Drehbuch ist nicht das Stärkste okay ja kommen wir in unserer nächsten Episode noch zu weil ich finde da haben wir einen Film das ist das komplette Gegenteil da ist mir nämlich bei einer erneuten Sichtung ist mir da nochmal einmal mehr aufgefallen wie geil das geschrieben ist das können wir noch an der Stelle erwähnen welche Hausaufgabe wir als nächstes machen weil dann können sich die Leute vielleicht zur nächsten Episode auch den Film mal angucken da reden wir über Children of Man auf den spielst du wahrscheinlich an genau okay nee dass hier das Drehbuch und dass es hier ein paar Tropes gibt und dass dieser Film relativ generisch abläuft im Strickmuster von Sportfilmen da bin ich voll bei dir da bin ich jetzt keiner der hier sagt so nee der Film erfindet jetzt das Rad komplett neu aber das ist muss er ja auch nicht das ist eine schauspielerische Dynamik zwischen diesen beiden aber der macht auch einige Sachen die ich halt in anderen Filmen so nicht gesehen habe und umschrifft auch wiederum einige Tropes was ich halt gut finde aber klar also ich wollte vorhin auch nicht weil wir sind ja jetzt im Spoiler Kapitel ich fand das mit der Mappe sehr interessant dass er zu ihm sagte verliere die Mappe nicht weil es gibt ja verschiedene Theorien wo diese Mappe und wie diese Mappe wo gelandet ist weil die spielt ja nochmal später eine Rolle ach so und ich spiele darauf an dass eventuell Fletcher ihn getestet hat mit diesem Move dass er die Mappe an seinen Konkurrenten gegeben hat dass er die Mappe ihm weggenommen hat um zu zeigen von wem guck mal was für ein Fuck du bist du bist jetzt erstmal raus aus der Band dein Kollege kriegt hier eine Chance und der macht doch dann einen Spruch von wegen so ja ich hab hier schon irgendwie die Mappe gekriegt mit dem Text gestern und so wo ich dann gesagt habe Alter das war er selber wie genial ist das denn der hat selber dafür gesorgt dass der Typ die Mappe verliert nachdem er gesagt hat pass drauf auf ja kann sein wird nicht aufgelöst wird nicht aufgelöst aber der Moment wiederum im Gegensatz zu von wegen verschlafen ich finde ich schon ein bisschen hintergründig ja aber es geht mir ging es drum und ich glaube wirklich das heißt Pavlovsch Waffe oder wie auch nee Tschechow Tschechow so Tschechow Skun war es dieses Ding dass du halt das nochmal so insertierst weil es klar ist dass es im späteren Verlauf nochmal eine Rolle spielt und hier ist es einfach so wie es geschrieben ist finde ich in dem Moment wo eben gesagt wird komm nicht zu spät lass die Mappe nicht liegen dass genau diese Dinge passieren werden weißt du das ist halt das was man da so ein bisschen kritisieren könnte wenn man will aber das ist ja also wir haben es auch öfter davon man kann ja auch einen generischen Film machen und der ist trotzdem großartig ja deswegen ist alles fein aber da bin ich jetzt schon wieder bei Solarberg weil das ist ja das Ding hier das Feedback von den Studio Executives das ist halt genau das Ding dann musst du dich vor den Studios rechtfertigen warum du das Ende so erzählen möchtest alter was ein Scheiß Mann was ein Hustle dann musst du irgendwelchen Büromenschen erklären dass das ein emotionaler Moment ist wo es super ist dass du den ambivalent lässt weil du davor so eine Reise durchgemacht hast und das dann voll gut ist dass du dir selber deine Meinung bilden kannst und dir selber vorstellen kannst jetzt hat er die riesen Karriere gehabt jetzt ist er der nächste Charlie Parker geworden oder es ist alles vor die Hunde gegangen whatever weißt du und wie viele Leute dieses diese letzten 10 Minuten dieses Filmfinale so krass feiern wie viele Fans weißt du und dann ist so ein Studio Executive der diese Genialität darin gar nicht gesehen hat der gesagt hat so ja und und was das immer und ich meine ey was man da immer alles liest und es gibt ja auch kaum einen Regisseur der sagt ja zum Glück hatte ich die Studios hinter mir also allein auch so Kubrick oder wie sie alle irgendwie fluchen weil es dann heißt ja da und da wurde das und das entschieden das ist nachvollziehbar Alter da musst du dir so reinreden lassen und versuchst hier irgendwie dein Kind zur Welt zu bringen und permanent steht da jemand mit dem Messer daneben und hackt rum naja klar und Schussel ist halt so 30 weißt du das meine ich halt und da bist du noch idealistisch und genau und es ist ja selber ein Schlagzeug gewesen sagt so Alter hier ist mein Herzblut drin das ist so ein bisschen meine Story weißt du deswegen es wäre halt natürlich mal super interessant zu erfahren was er so im Freundeskreis erzählt weißt du wie das war was was unter Umständen im Film drin ist was er nicht haben wollte oder andersrum was er auf jeden Fall gerne gehabt hätte was wir nicht sehen durften so was ich mega interessant finde ist du hast La La Land nicht gesehen aber es gibt halt bei La La Land eine Begegnung die mich so krass und schon im Kino war das so die mich so krass an den Moment erinnert wo er in diese Bar kommt und Fletcher sitzt hat am Klavier und spielt halt in diesem Nachtclub so mit dieser anderen Band und die setzen sich dann an den Tisch und quatschen miteinander und bei La La Land gibt es genau diese gleiche Szene und ich dachte Alter das ist auch noch der gleiche Regisseur Alter als ich danach in seiner Filmografie habe ich gecheckt von Giselle ist doch La La Land das ist so ein ähnlicher Moment hat er sich selbst zitiert da hat er sich wirklich selbst zitiert wo ich dachte krass warum nicht schon ganz witzig also fast identisch dieser Moment nur dass es da so eine andere Dynamik gab wenn es funktioniert ja auf jeden Fall aber es ist ein talentierter Bursche dann Cloverfield Lane habe ich auch noch auf meiner Liste hast du auch noch nicht gesehen ne aber finde ich super interessant dass das ja praktisch ein Spin-Off ist von Cloverfield und so ich habe ja Cloverfield auch noch nicht gesehen ok das ist ja wirklich abgefahren obwohl er ja überhaupt nicht mit dem Projekt motiviert war hat er einen Film gedreht der in diesem Universum spielt achso er spielt im gleichen Universum er spielt im gleichen Universum ist so ein indirekter Sequel aber halt so ein Kammerspiel in diesem Universum und das finde ich super interessant und Cloverfield selbst war ja von J.J. Abrams der ist ja mit ich weiß nicht ob der mit Damage in irgendeiner Sicht involviert war oder ob der vielleicht Cloverfield Lane produziert hat keine Ahnung aber ist schon krass dass der sich dieses Thema aufgegriffen hat also den muss ich mir auch nochmal angucken ja ja ich will also früher oder später natürlich auch seine anderen Filme sehen aktuell sieht es ja noch ein bisschen dünn aus bei mir aber also Whiplash ist ein grandioser Film kann man nicht anders sagen ja ist auch Paul Reiser ist auch super den haben wir schon erwähnt ist auch krass wie präsent der gerade ist der ist ja bei Stranger Things und bei The Boys gerade unterwegs bei zwei sehr angesagt Geiler Roller bei The Boys Alter ja und hier macht er das wirklich toll also auch wenn seine Figur ist natürlich hier einigermaßen eindimensional aber hier sind ja eh alles krasse Nebenfiguren also neben Fletcher und Andrew gibt es hier keine anderen Figuren die wirklich stattfinden ja dass die Brüder natürlich so die Sportskan die Profisportler sind die vom Vater natürlich wo die Erfolge vom Vater natürlich erwähnt werden und wie läuft es bei dir beim Schlagzeug die ganze Familie kann das sehr viel ernster nehmen was sie weil die Brüder da halt eher das machen was man so amerikanisch klassisch von den Jungs erwartet richtig das ist natürlich ein bisschen Klischee weißt du warum der Film Rated R ist ist er ja hierzulande ab zwölf ja hierzulande aber bei IMDb als Rated R tituliert habe ich mich mal gefragt ob das jetzt die Erziehungsmethoden von dem von dem harten Coach aber das steht doch bei IMDb immer dabei warum guckst du das denn nicht nach wenn dich das interessiert das ist doch ist da nicht immer angegeben wegen so und so und so doch aber ich wollte ja wissen warum du wie du das siehst ich wusste gar nicht dass der Rated wenn wir uns da austauschen ja gutes Argument oder ja also guck mal hier Sex Nudity No Sex or Nudity Minus Sexual References Nothing Graphics so Violence and Gore Mild aber Profanity das ist das Ding weil sich Herr Simmons hier durch die Weltgeschichte flucht da geht es tatsächlich um die Sprache ja ja ok krass ja I will fuck you like a pig ist also ein bisschen zu viel fürs amerikanische Publikum das ist ja sogar noch aus dem Kurzfilm ne ja das habe ich gelesen ja ja ist halt dieser Moment mit dem ja many uses of fuck constant use of shit damn along with that and god and god or jesus ja die berühmte Ohrfeigen Szene und wo die dann so die Schlagzeuge immer austauschen und so weißt du und wo dann sagt so are you dragging or are you are you rushing so weißt du dieser Moment ist halt das Ende des Kurzfilms das ist diese lange Sequenz da spielt halt der Kurzfilm mit und so der ist auch gut aber also ich kann schon verstehen dass man damit so die langen Film finanziert kriegt aber es kommt natürlich nicht an die es ist auch krass dass er dafür schon J.K. Simmons gekriegt hat so weißt du für den Kurzfilm ist schon geil steht übrigens auch this movie easily could have been PG-13 if it weren't for the extreme amounts of foul language da sind die Amis halt wegen shit, prick, faggot, pussy, dick pansy, bitch ass, damn, hell, tits und so weiter haben sie keinen Bock drauf wie hast du mich genannt da ist man in Deutschland nicht so da geht auch ab 12 klar ja anscheinend ja stimmt eigentlich also auf Deutsch muss ja auch ein ordentlich geflucht werden weiß ich nicht vielleicht haben sie da so vielleicht haben sie da gesagt Sapperlot Sapperlot verflixt ja verflixt nochmal verflixt und zugenäht vielleicht ist das die Synchro kennen sie ja nicht genau oh man die haben nur so Variante von Fletcher Alter ja also für dich auch immer noch ein grandioser Film ja grandioser Film geiles schauspielerisches Duell passt alles die Szenen sind mega also ich hab da mein Kumpel Björn den du ja auch kennst den hab ich damals reingeschleppt ins Kino gesehen der soll ganz gut sein ja lass uns den reingehen und der hat halt dem hab ich ja erzählt da geht's halt um einen Jungen der halt irgendwie der krasseste Schlagzeuger werden will und der dachte so okay das ist die Story ich so ja das ist die Story und ja für manche klingt's eben auch nur nach einem Kurzfilm ja und dann sind wir halt rausgekommen aus dem Kino und der meinte so Alter was war das für ein geiler Film ich so definitiv ja der hat mich schon in einem Kino geflasht also ich glaub so ne gewisse Offenheit für Musik oder vielleicht sogar ein Fable für Jazz kann nicht schaden bei dem Film ich glaub wenn man mit Jazz so ein ganz schwieriges Verhältnis hat dann ist man hier vielleicht auch schnell genervt aber es ist schon geil also selbst wenn du mit Jazz nichts anfängst glaub ich dass es schon geil inszeniert ist weißt du wenn die Musik einsetzt und so und dass du dann bei diesem dass du das zum Teil halt so unterschnitten hast mit den einzelnen Instrumenten ey das ist es gibt hier so viele sensationelle Schnitte und ich hatte da ich hatte dieses dieses diese Sportfilm Images auch im Kopf wo du diese Schweißtropfen auf die auf die Trommel überall fallen siehst ja Blut Alter Blut und du siehst halt wie der eine so aus seiner Trompete irgendwie wie die ganze Spucke da raus läuft und so weißt du wie er die irgendwie ausgießt und so also ist schon ist schon fett auch also die Kamera ist auch richtig geil muss man mal sagen ja weil ich finde aber auch gerade wie dieser Probenraum inszeniert ist eigentlich so was sehr dunkles mit diesen dunklen Holzwänden und mit diesen Close-Ups aber auch wie sie dann eben anfangen zu stimmen und nur auf seine Blicke und seine Gestik achten und alle sofort spuren und wenn er dann die Hand hebt ist Totenstille und dann warten alle nur auf diesen kleinen dieses Winken mit dem kleinen Finger Alter und dann geht's los sensationell gemacht also es sind wirklich es sind so viele Gänsehaut Momente ja absolut das ist wirklich ein geiler Film und wie du gerade sagst wie der Film dann aufhört und ausklingt und der Nachspann kommt da war nur noch Alter ich so okay krass das ist perfekt das ist ein perfekter Abgang für den Film mega also ja finde ich auch sehr sehr gut ja sehr sehr gut inszeniert halt also schon Könner am Werk all right danke Olli auf jeden Fall für diesen Auftragsfilm ja danke dafür ich hab den gerne wieder geguckt denke damit können wir leben ja klingt so gut da hatten wir auf jeden Fall schon schlimmere Auftragsfilme da hatten wir schlimmere aber da Warrior auch von ihm kam im letzten Monat hat er hier auf jeden Fall mit den beiden Filmen hat er schon mal eine gute Serie hingelegt er meint es gut mit uns er meint es gut mit uns bisher oder ja das sind schon zwei Filme die bei mir sehr sehr gut wegkamen insofern hat er mir hier einen Gefallen getan ja gut so Punkte raten dann geht's ans Punkte raten do you wanna play a game 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 oder den hier does it like homes does it does it does it does it like to play oder den hier every Chinese person has been to Vegas it's our Mecca well except for the Muslim Chinese cause Mecca is their Mecca that is a dangerous game friendo äh friendo friendo ich würde mal sagen du als 17-facher Meister am Punkte raten ja aber Moment aktuell ist unentschieden aktuell aktuell ist 1-1 aber wir reden ja von Titelverteidigung du musst ja wenn du Formel 1 gewinnst kriegst ja 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 okay achso du meinst so Tour de France mäßig ich bin die ganze Zeit mit dem goldenen Trikot unterwegs genau du hast das goldenen Trikot des Punkteratens alright das fehlt uns und ich bin einer von denen hier I can't quit never I'll die first versuch's immer weiter spiel junkie ich will ich will Charlie Bird werden ja 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 Buddy Rich der Buddy Rich des Punkteratens mhm da sind noch ein bisschen hin dann ich wage es ich sag du bist hier bei 10 der Film ist gestiegen auf eine 10 warst du davor nicht ich war vorher nicht bei einer 10 ich war bei einer 9 der hat bei mir 4,5 bei Letterboxd gekriegt und hab gesagt what the fuck hast du immer mit deinen Letterboxd Referenzen bei 4,5 könnte ja auch 9,5 sein oder nicht mhm ne ne 4,5 ist maximal ne 9 ich muss ja das ist ja dieser doppelte Ding so wie gibst du dann 9,5 bei Letterboxd ne 9,5 bei Letterboxd ja ist ne ist nicht durchdachtes System ne 9,5 bei Letterboxd wäre ne 4,5 what ja logisch weil es müssen ja Mensch ist das logisch ja weil es muss ja immer das doppelte muss ja erfüllt sein ja wenn ich 4,5 Sterne gebe dann kann das ne 9 oder ne 9,5 sein wenn ich 5 Sterne gebe dann ist das auf jeden Fall ne 10 oder ne 10,5 gibt es nicht na gut es sei denn das ist Chuck Norris aber du bist hier bei 10 es sei denn das ist Chuck Norris natürlich nur dann ich bin bei ner 10 ja der ist von ner 9 auf ner 10 gestiegen also es what the fuck das ist ein grandioser Film also es Schauspielerszenen und so mega Schauspieler und Szenen und Instrumente und Musik ja und Schnitte wenn ich mal und bam 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 als mit meiner mit meinem eingeschränkten Wortschatz wenn ich das mal als angesehener Literaturkritiker so wiedergeben darf es ist fette Scheiße man es ist fette Scheiße richtig fetter Film richtig fetter Film äh äh zeigst du da they are trying to figure me out and I don't like it keine Sehnung ohne Will Ferrell keine Sehnung ne keine Sehnung ohne Will Ferrell ich sag guck mal hier ich vermute du bist nicht bei ner 10 so viel kann ich schon mal verraten ich glaube du bist da nicht ganz neun was lachst du so weil ich so leide oder was ja ne weil das ist man sieht's förmlich rattern ey so wo bist du gelandet neun sag ich neun neun ist richtig ja ja er hat das unentschieden gerettet ich bin der Buddy Rich des Punkteratz Mensch hat er auch immer auf unentschieden gespielt wie ich unentschieden naja das kann doch nicht sein na tut mir leid wir haben halt beide einen halben Punkt achso bei Logan Lucky hab ich mich einen halben Punkt verhauen ja gut siehste ich hatte nur noch im Kopf dass ich den einen noch richtig geraten habe tja Highlife achso jetzt warst du schon ganz so vor weil du dachtest du hast gewonnen ich freu mich ja so krass über den Unentschieden ja ich dachte so weit sind wir schon wie bescheiden wäre das denn naja gemessen jetzt an der Erfolgsstatistik dachte ich halt dass das unentschieden schon cool ist juhu ich hab nur 4-1 verloren in diesem Monat statt 5-1 ey er hat auch keinen Punkt geholt wir haben einen Unentschieden juhu ne ne ich dachte tatsächlich ich hab gewonnen ne na gut doch nicht der Buddy Rich des Punkteratzes it's the art of confusion works great on stupid people ja hat geklappt fuck Microsoft fuck Microsoft ja okay scheißerei naja gut okay dann haben wir einen Unentschieden also sind wir beide bei sag jetzt das Ändergebnis ja 0,5 okay beide bei 0,5 okay okay it's a draw ist angekommen ja immerhin hab ich einen Punkt für dich verhindert und das steht weiterhin 1 zu 1 in diesen regulären Episoden ist ja was ja ja war schön ich fand auch war schön und wenn wir schon mal so schön plaudern können wir mal erwähnen was wir in der Support Episode vorgestern noch so rezensiert haben ja gut dass du noch dran gedacht hast es fiel mir gerade spontan ein als ich nochmal schnell über Brainstorming gemacht habe ob wir irgendwas Organisatorisches noch vergessen haben ja hast du das auch haben wir Dienstag oder Freitag also auf jeden Fall hab ich über Love, Death and Robots geredet und hab sämtliche Kurzfilme da zerlegt und zwar von der ersten Staffel die 2019 rausgekommen sind alle das ein sehr interessanter Podcast geworden weil wir haben das so blöckeweise gemacht und zwischendurch hat Lee dann seine Filme und Serien immer wieder besprochen ja und hast du aufgerufen welche dabei waren ich hab über The Outlaws gesprochen das ist eine Serie dann ließ es sich nicht verhindern über The Grey Man zu sprechen das war glaube ich relativ schnell abgefrühstückt The Grey Man not so much The Great Man gewesen weniger und dann noch Smiley Face da war ein Stoner Film ja aber hallo vom feinsten ja das gab es in der letzten Support Episode und ob Smiley Head und The Grey Man die gleichen Punkte kriegen wie Whiplash von Lee Smiley Face hab ich doch gesagt Smiley Head was hab ich gesagt Smiley Head ja ja ob Smiley Face und Grey Man ja jetzt hast du den Satz kaputt gemacht du hast zerstört das krieg ich ihn nicht mehr zusammen ich weiß ja gar nicht was du sagen wolltest das geht es rauszufinden in dem er uns ich dachte da war ein Reim involviert und deswegen muss das Smiley Head und nicht Face heißen ne ein Reim war nicht geplant achso dachten nachdem wir heute so viel das passiert mir am laufenden Band aber ich dachte nachdem wir heute so viel musikalischen Content hatten du hast neulich das fand ich ganz witzig du hast bei irgendeiner Rezension hast du einen Schauspieler genannt und dann hast du ihn dreimal irgendwie verkehrt rum ausgesprochen ja es gibt Namen die fallen mir halt einfach nicht leicht das fand ich super witzig einmal hast du den Vornamen irgendwie verdreht dann hast du den Nachnamen irgendwie die Hälfte weggelassen ja und dann hast du ihn irgendwann mal auch mal richtig ausgesprochen ich dachte so okay immerhin eine Variation dabei einmal richtig war dabei ja definitiv läuft gute Quote best of three I am 99% sure 98 ja je nach Tagesform das passt ja so freut euch hoffentlich Lust und Gast in der nächsten Episode mit dem besprechen wir Channel of Man und wie haben wir schon gesagt das ist einer seiner Lieblingsfilme insofern wird das interessant da bin ich sehr gespannt ja aber könnte eine Lobhudelei werden mal gucken es sei denn ein Gäste ist da jetzt plötzlich auf der ganz anderen Seite ja du warst ja so ein bisschen du warst ja immer so ein bisschen verhalten also so von wegen so ja komm jetzt Meisterwerk und so nicht ganz und so also du warst ja du warst ja jetzt nicht so komplett in den in den Globgesängen mit drin es will ja schon wirklich was heißen wenn ich einen Film immer wieder erwähne wo Clive Owen die Hauptrolle spielt ja das ist also mal zweifelsohne sein bester Film echt ja da warst du schon ja klar okay ich hatte irgendwie im Kopf dass du dann dass du die nicht so überkrass gefeiert hast insofern doch also ich meine das ist für mich wahrscheinlich sogar eine der besten Plansequenzen der Filmgeschichte welche die dritte okay bin ich bei dir wobei die anderen sich auch nicht verstecken müssen nee überhaupt nicht aber das ist auch also Lubecki da frage ich mich immer das ist so der Daniel Day-Lewis der Kamera wo ich mich dann immer frage ey wenn du Ambitionen hast Kameramann zu werden D.O.P. so du willst es auch mal das muss doch mörderfrustrierend sein zu wissen dass es so einen gibt das ist das was der gefühlt nichts falsch machen kann das ist das was Ewan McGregor über Daniel Day-Lewis gesagt hat dass er gesagt hat er wollte am Anfang eigentlich seine Schauspielkarriere komplett deinen Nagel hängen weil er gesagt hat der wird da niemals ankommen ne eben wie wirst du jemals sowas können Beruf ausüben ich werde nie der Beste sein das ist der Punkt ja also der ist für mich halt wirklich das ist unglaublich was der Typ mit der Kamera macht ja okay jetzt freue ich mich auf die Besprechung jetzt immerhin und die in der nächsten Episode oder eventuell auch in der nächsten Support Episode wir wissen doch nicht aber wenn ihr sicher gehen wollt dann müsst ihr bei Patreon und bei Steady abonnieren dann kriegt ihr alle Rezensionen mit tricky tricky motherfucker ist es in diesem Sinne danke noch an alle die uns sowieso unterstützen und an unsere zukünftigen Unterstützer auch schon mal schönen Dank ja dass ihr es machen werdet und checkt auf jeden Fall auch das Bash aus yes und alle anderen Plattformen Instagram liken und auch mal gerne Rezensionen für uns hinterlassen bei iTunes und Co ja stimmt unbedingt alright na dann danke dafür sind wir raus sind wir ciao peace peace bewegt Bild Banausen AujourdSuit Jahrloh und nach oder fähig Vielen Dank.